Ach ne, der macht sich, entfiedelt sich gerade selber. Machst du das Klebeband bitte voll? Du musst einen anderen fesseln, mich dich selber. Fessel mich. Fessel mich bitte. Er hat zwei Fesseln. Das reicht. Warum? Ich brauch Klebeband unbedingt. Das ist auch jetzt noch angebrochen, das Klebeband. Aber egal. Ist okay. Servus, Leute. Neuer Livestream. Ich und der Rest. Der absolute Überrest hängt noch irgendwo ganz am Arsch der Welt. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Airfield. Sind auf jeden Fall jetzt doch mal auf dem Privatsurfer unterwegs. Das, was ich eigentlich nicht vorhatte. Und ja. Viel Spaß, Leute. Nee, nicht pst. Ich quatsch nicht viel. Mein Livestreams. Höchstens ist Action. Oder ich tue den Leuten irgendeinen Blödsinn erzählen. Sowas mache ich auch. Oder ich reg mich auf. Oh, dann hat er was zu erzählen. Oh ja. Scheiß Virus und scheiß Dube und dies und das und jenes. Ich finde kein Loot. Die anderen sind schuld. Der Rest ist schuld. Sowieso. Man hört uns nicht, oder? Ingame, nee. Nee, ich meine live. Nee, nee. Ich habe es so eingestellt, dass ihr ihr nicht präsent seid. Warum? Gut. Ja, die meisten wollen das nicht und muss ja auch nicht. Müsst du sowas von wurscht? Ja, mir eigentlich auch. Aber wenn ich scheiße labere, dann hört es keiner. Das ist gut. Genau, hier guckt mal, Leute. Das hier ist, hier guckt, siehst du, da, da, hier. Gib, gib Nacken. Und da ist dann noch so ein komischer Korsak unterwegs, ne? Habt ihr gesehen, ne? Mein Name bleibt geheim. Der wird nicht angezeigt. Sind wir richtig? Ja, aber wir gehen jetzt zu kleinen Military-Garden, daher bin ich ja viel. Gut. Kleinen Tats abgehalten. Nee, weil es Licht, weil es Licht nicht angeht, weißt? Ist das Licht? Wirklich? Na, wenn du richtig bist, geht es Licht an, also da. Ja, ja. Wenn du richtig stehst. Das sieht gut aus. Nein, gab es doch früher diese Kinderserie, am Ende 1, 2, 3. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Genau. Jetzt hat er es. Mit der Simona. Wichtig? Keine Ahnung. Da war doch irgendein Simon oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, der redet wieder von Tigerentenclub oder irgend sowas. Scheiße. Scheiße. überhaupt nicht auf das Dreckvieh. Der macht dich platt, ne? Aber wenn du da irgendwo alleine unterwegs bist und das Vieh begegnet dir, ist Feierabend. Habe ich vor kurzem jetzt abends ein Wolfsrudel gehabt. Ich habe mich so eingepisst. Ich stand da in so einem Wohnwagen drinne. Aber ich habe sie alle drei weggeschossen. Alle drei. Man zum Glück. Gut, du glücklich, ne? Ich weiß nicht, was für ein Dumm ist. Die können nicht in einem Auto sitzen. Die können nicht die geschlossene Türe anbieten. Dann bist du verletzt. Okay. Aber wenn du auf dem Auto schließt, dann können die nichts machen. Das war schon. Ja, schon irgendwie. Ja, vor allen Dingen, mich haben sie total, weißt du, da war dann total leise. Erst haben sie mich verfolgt und eingekreist. Dann habe ich mich da drinnen versteckt und dann war es ganz leise. Nichts mehr gehört. Ich gehe raus drei Meter und dann dachte ich mir, nee, nee, ihr verarscht mich. Ich habe ganz kurz in die Luft geschossen und dann hast du auch schon wieder heulen hören. ganz schnell wieder rein. Ja, dann, nachdem ich geschossen habe, haben die das auch gemacht. Aber vorher haben sie sich ziemlich bedeckt behalten und haben mich eingekreist, die Dreckfiecher. Also, die haben sie gut programmiert. Meins, meins, meins. Hauptgeschritte. Wie er gleich Gas gibt, ne? Wenn er sieht, dass ich von hinten komme. Ja, wenn ich jetzt da hochgeguckt hätte, dann wäre richtig Stuff gewesen. Ich schwöre dir. Ja, ja, ja. Ich schwöre dir. Der wäre Sniper gewesen mit Visier, mit allem rum und dran. Helikopter. Atalerieschlag. Alles. Oh, jetzt langsam ein bisschen mehr Konzentration. Okay, Meister. Konzentration, sagt er. Dann wollen wir uns mal Konzentration. Ich mit meinem roten Rucksack konzentriere mich jetzt mal ganz auf das Wesentliche. Also, wenn einer einen Rucksack saliert, der nicht rot ist, sagt mir mal bitte Bescheid. Ihr zwei geht links. Ich gehe von rechts und laufe aus bei der Mauer entlang und gucke, ob da drin irgendwie Bewegung ist. Ist das der Blauen? Keine Bewegung, aber da hinten steht eine Zombie-Reihe. Also, sprich, zwei Zombies hintereinander. Hab ich ja auch gesehen. Das heißt, die waren vielleicht hinterm Spielerherd. Baracken sind alle zu. Alle sind zu. Das hat aber nichts zu heißen, ne? Das wisst ihr. Gut, ich gehe... Ja, gut. Ich mache immer die Türen hinter mir zu. Immer. Bei mir sieht es immer so aus, als ob niemand da gewesen wäre. Im Team sieht es ein bisschen anders aus, aber ich mache eigentlich immer die Türen zu. Ich bin schon drin und bin hinten an den Containern. LAR-Magazin gefunden. Super. Nee, erzähl keinen Scheiß. Du bist doch so ein Gauner. Du brauchst einen taktischen Helm. Hier ist so eine Skimaske mit weißem Gesicht. Nee, warum nicht? Sieht man doch so schön nachts. Dann weiß ich immer, wo du bist. Was? Da gibt es so eine schwarze Skimaske mit einem weißen Gesicht. Taktischer Gürtel. Ach so. Ja, gönn dir. Gönn dir. Ich habe auch taktischen Gürtel gerade. Nee, ich glaube, den taktischen Helm brauchen wir im Moment erstmal gar nicht. Lange, lange Zeit brauchen wir den nicht. Erst wenn Papa nachts sich gerät hat. Notfacke. Nein, bald. Quatsch. Du stirbst doch sowieso dann da. Ist ein Typ, ey. Zombie in der Baracke oder ist sie in der drinnen schon? Ey. Geh rin, rein. Komm rin, komm rin. Wer hat geschossen? Wer schießt? Na, er, er. Unser Kumpel hier. Das ist nicht gut. Auf dem Militär schießt man nicht. Nicht auf der hier. Hier sind wirklich Spieler in der Nähe. Hier ist der Field ist in der Nähe. Ja, sorry, Digga. Aber hinter mir sind ganz viele. Geh jetzt in den Haus und mach die Tür zu. Das geht auf die Kappe von uns allen. Ich möchte hier in gerne Ruhe noch schnell looten, bevor ich hier abziehen muss. Ja, dann mach schnell jetzt. Ja, ja, ich merk schon. Wieder so einer. Eugen. Ja, danke Eugen. Der hat mich vorgestern eingeladen, aber ne, wo ich Desi gespielt hab. Ich hab so getan, als ob ich keine Einladung bekommen habe. Boah, ich find hier einfach keine passende Tür. Ich hab ein Funkgerät gefunden. Sie sind so schnell. Noch ein Funkgerät. Nein. Boah. Jetzt geh doch mal irgendwo rein, schnell. Das gibt's doch nicht. Ja, bin ich schon, bin ich schon, bin ich schon. Gut. Bin ich schon. Jetzt machst du dich locker und kümmerst dich mal um deine Gesundheit. Ja, jene Zombie hat ne Ergänzungstasche, die würde ich gerne haben. Ich bring gleich die Zombies um. Ich geh jetzt raus, fang an mit dem Messer langsam. Und ihr chillt euer Leben. Müssen jetzt nicht alle von uns präsent sein. Wir haben jetzt hier eh Alarm gemacht, weißt? Nein. Was, nein? Ich bin tot. Nee. Ich wollte gerade essen. Ich wollte, ich hab mich hing... Hä? Oh, oh. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Hier sind zwei ordentliche Rucksäcke. Einen davon möchte ich. Ich habe Bedarf. Scheiße ist das. Bist du noch unten im Startergebiet? Ach, du bist auch schon hier. Oh, also ein Seleno schon. Herzlichen Glückwunsch. Du bist aber schnell gewesen. Ja, weil er spielt erst seit gestern. Oh, hier kommt einer. Kommt einer. Ein Spieler. Ja, ja, ja. Hinter uns. Ich bin an ihm vorbeigerannt. Ich habe nicht mal eine Waffe in der Hand. Ich bin tot. Ja, ich werde auch gleich tot sein, weil ich habe keine Waffe in der Hand. Wie so kleine Dreckmixer. Also ich bin jetzt wieder da, wo... Ich habe ihn, ich habe ihn. Er ist tot. Da wo dieses Kraftwerk ist, da... Der Typ ist tot. Mit dem Güterbahnhof da bin ich. Weiß ich nicht. Der hatte auch nur eine Strohflin. Das ist ein Killer. Ich muss jetzt hier die ganzen Zombies erst mal noch vom Hals schaffen und bin jetzt selber erst mal hier kuschen. Man muss nachladen. Vielleicht ist der Typ nur ohnmächtig, deswegen. Ich muss mich beeilen jetzt. Echt dumm gelaufen. Aber... Liebt ihr beide noch? Nein, den Kollegen hat es jetzt auch weggeschossen am Ende, weil da jetzt ein Spieler gekommen ist. Du hast hoffentlich was dazugelernt für die Zukunft, wenn man bei einem Militär wie ist. Nee, Airfield macht man sowas nicht. Das hat nämlich jetzt... Das hat den Spieler jetzt auch auf den Bildschirm gebracht. Ja, also das war jetzt der Punkt. Ja, vor allem, weil ich so oft geschossen habe. Und der hat auch eine Mossing und hat Handschuhe und allen Scheiß. Der ist schon länger unterwegs. Ja, wo ist denn jetzt der andere Kollege hin? Gut. Oder eher, wo ist er gespawnt? Immer diese Trocken-Sick. Der hat so eine AK und der hat eine rote Binde umgehabt. Scheiße. Der hat eine rote Binde umgehabt. Der ist nicht alleine, der Wichser. Höchstwahrscheinlich. Wo ist deine Leiche, Korsak? Hast du unmittelbar bei ihm gelegen? Am Haus, wo du die Sommys gelooted hast, ja. Okay, gut. Das heißt, dein Scheiß muss ich auch noch auf den Boden schmeißen. Seinen habe ich schon alles rausgeschmissen. Da ist nämlich auch eine AK dabei, eine Mossing und allen Scheiß. Wäre gut, wenn ihr irgendwie hier oben wieder auftauchen würdet. Schnellst wirklich. Der, der ein Celeno ist, bitte zu mir kommt. Ich weiß nicht, wo ich bin. Das ist das Problem. Also ich bin beim Güterbahnhof. Wie hieß das nochmal? Warte, hier sehe ich doch ein Schild. Ach, da liegst du. Oh, der stand da direkt vor dir, mehr oder weniger. Ja, ja. Ja, dann habe ich mich hier sehen. Ich habe hier noch andere Richtungen in die Zwischen. Der hat dir im, äh, instant ins Gesicht, also in den Rücken geschossen, mehr oder weniger. Ja, ja, genau. Wo bist du jetzt gelandet, Korsak? Rechts oben auf der Karte. Ja, genau. Du weißt aber wahrscheinlich nur nicht, wo genau, gell? Weil, doch, warte. Da, wo doch dieser Güterbahnhof ist, mit diesem Kraftwerk, glaube ich, ist das, oder? Das ist ein Kraftwerk? Diese Fabrik, glaube ich, ist das. Oder, nee, doch nicht, bin unten, Kamishobo. Okay. Jetzt habe ich ein Risiko eingegangen hier. Ich habe jetzt dein Scheiß gerade zu 100% alles auseinandergerissen und liegt hier auf dem Boden. Alles aus den Hosen, aus den Rucksacks, sonst ist es dann verbuggt und verglitscht. Jetzt versuche ich den seine Waffe schnell und, äh, bring mich in Deckung. Und, hey, ich halte hier die Stellung, wenn mir ein bisschen einer von euch hier auftaucht. Der hat gebratenes Fleisch, alles. Der war echt gut, gut unterwegs, der Junge. Na, der wird jetzt ziemlich kurz. Hey, fuck, ich weiß gerade nicht, wo ich stehe. Wollt ihr mir helfen, mich auf den Trichter zu bringen? Auf den Trichter, auf den Topf oder was? Ne, da ist so ein Güterbahnhof mit so einer Fabrik, glaube ich. Da, wo die Tankstelle in die Richtung ist, glaube ich, oder? Gibt's nicht. Ich laufe jetzt einfach mal... Warte, ich gucke jetzt mal nochmal. Oh, man zünde ich schon wieder. Da, hier, Funkfrequenz 87,8. Das ist der Geschichtenfunk, wo so Geschichten erzählt werden. Keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen muss, ich habe keinen Plan. Also, so hat er mir das erzählt. Da war wohl einer. Wie lange liegt die denn da, weißt du was? Nicht so lange, also gestern sind die Leichen sehr, also die Zombies sehr schnell respawned. Da habe ich Leute, die haben da rumgeschossen, ich bin dann da hin und da sind die Zombies schon direkt, wo ich hingelaufen bin, auf der Straße respawned wieder. Aber es war ein Office-Server, muss ich dazu sagen. Ich bin bei Solnichi oder wie das heißt. Kusak, wo bist du bei Kamishowu? Nein, ich bin jetzt wieder tot. Wieso? Ah, wo bist du jetzt? Da muss Start drücken, wenn kein respawn kommt. Starttaste drücken, ganz kurz. Habe ich auch fein gemacht. So, jetzt habe ich hier den Kollegen seine Leiche, tue ich jetzt auch komplett auf dem Boden alles legen. Du bist beim Airfield, gell? In der Nähe. Nein, negativ. Du weißt doch, wenn Papa im Gefecht ist. Kann man den Namen jetzt noch gucken? Ne, ne? Das ist zu spät. Er schleppt hier faule Äpfel mit sich rum. Seile. Frag ich mich echt, für was ich das brauche. Dieses Harz hat er auch mitgenommen. Das ist ein Typ, ey. Geil. Oh, Kampfmesser. Das gefällt Papa. Gerade gespawnt. Ich bin in den Baracken eingeschlossen. Warum? Da, wo die vielen sind, ja, da liegen auch die ganzen Leichen und das Equipment rum. Warum? Bist du gleich hier? Oh, das sind vielleicht die Kollegen von dem, die jetzt auf dem Weg sind. Vielleicht... 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 Vielleicht sollte ich besser abziehen. Ich hab keine Ahnung. Weil das ist auch das, was der gemeint hat. Das eine bringt das andere mit sich. Aber ich mein, er ist halt PvP, ne? Also... Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ja das, was ich auch gesucht hab. Wo bist du jetzt gelandet? Ja, dann guck erstmal nach nem Schild. Und ich... Also ich... Bin grad in die Richtung von... Elektro. Aber an der Küste... Ich bin schon fast in diesem... Solch... Das hab ich vorhin auch schon angedeutet. Ähm... Das ist glaube ich... Das hat schon was mit den Umständen zu tun. Wenn ich jetzt zum Beispiel wie ich jetzt gerade... Ich bin ja eingeschlossen in der Baracke. Wenn die jetzt die Baracke umstellen und sagen... Hier, pass mal auf, du vorgehörbernde. A, wissen wir, dass du hier drinnen bist. Und B, wirst du nicht mehr als einen von uns jetzt schaffen, wegzuschießen. Wir sperren jetzt gleich die Tür auf und kommen rein. Oder du sperrst die Tür auf und kommst raus. Ich denke, für solche Sachen ist das gemeint. Weißt du, was ich meine? Fürs... Und nicht, wenn du jetzt auf einmal so urplötzlich Kontakt hast. Das hätte uns jetzt gar nichts gebracht, wenn wir die Hände hochgehoben hätten. Gar nichts. Ja, also... Bin ich mir sicher. Ich meine, wir sind hier auch in einem Military. Das ist ja auch nochmal... Äh... Wo man eigentlich mit rechnen sollte, dass Kontakt ist. Wo man halt bei dem Punkt wären, dass der Kollege halt hier auf Zombies geschossen hat. Und in dem Moment waren wir präsent. Ja, so... Wenn er jetzt nicht geschossen hätte, wäre es vielleicht ganz anders gelaufen. Weil wir den Typen eher gesehen hätten. Weil er auch einfach reingekommen wäre zum Looten. Weißt du, und gar nicht gerechnet hätte, dass da jetzt gerade drei Leute rumstolzieren. Ja, das kannst du so nie sagen. Nein. Also... Und ich denke schon, dass das funktioniert. Wenn die mir die Chance geben, dass ich mich ergebe und ich mich darauf einlasse, dann funktioniert das auch. Und dann bringen die dich auch nicht um. Aber die Konsequenzen, was die mit dir machen, in dem Moment dann musst du auch damit klarkommen. Die werden dir deine Waffe nicht lassen. Weißt du, was ich meine? Wenn die dir ein bisschen was zu essen und trinken lassen und sagen, so, du lebst, du darfst weiterziehen. Äh, dann musst du froh sein. Ja, also... Und das ist ja Daisy. Das ist ja dieses Rollplay. Deswegen müssen wir auch gucken, dass wir uns irgendwie dann in der nächsten Zukunft so aufbauen, dass wir nicht mehr in der Party sitzen, sondern halt im Game kommunizieren können. Ja, oder Funkgerät. So, Jungs, ich geh jetzt noch mal raus. Ein bisschen Munition da bei den Leichen holen. Drückt mir die Daumen. Ja, auf jeden Fall. Und? Weiß jetzt, wo du bist? Ich bin Lambarmöl. Wo? Lambarmöl. Oben, rechts, Leute, Zimmer, 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 Zimmer. Servus! Wie du siehst, gab's hier gerade irgendwie ein Missverständnis. Und mein... Der Rest... Den hat's irgendwie weggeknallt. Ich bin der Einzige, der das jetzt Ganze überstanden hat. Leider Gottes. Ja, dann komm ich hoch nach Lambarmöl. Ja? Ja, wo bist du? Äh... Ja. Genau. Kann ich mir auch entgegenlaufen. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich hätte den Typen auch zu 100% sein Stuff, aber ich war auch jetzt eben unter Strom. Ja, den sein Stuff, den ich jetzt nicht rechtzeitig alles rausgeschmissen habe, in den Klamotten ist natürlich wieder verpackt. Kann man nicht mehr rausholen. Aber könnt ihr da doch mal probieren. Ich schließe mich jetzt noch mal ein. Und warte, dass eventuell dann hier irgendwie niemand ziemlich schnell eintrifft. Ja, ich laufe ihm jetzt entgegen. Der eine Kollege ist ja schon in der Nähe, also... Vielleicht könnt ihr auch versuchen den ganzen Loot in die Baracke reinzubringen, aber dann bin ich wirklich das Totes. Wenn einer vorbeikommt. Nimm die Hände hoch! Die Blut hin und her schleppen und die Hände dabei hoch... Ja, ist klar, ne? Ich laufe einfach mal am Strand entlang. Ja, wir kommen in den Strand. Neun mal neununddreißig Millimeter. Ne, das brauche ich nicht so scheiße da. Nimm die Hände hoch und geh langsam ran. Ja, genau, nimm die Hände hoch. Ist das der Trick? Dann werde ich mal auf dem Öffentlichen machen. Hände hoch und ran nehmen. Die lachen dich aus. Ja, ich kläre eine Packung Schrott in die Sicht. Jo. Ja, der Typ hat mich nicht geschafft zu treffen, der mit der Schrottflöne. Der hat ja hinter mir hergeknallt. Ich bin an ihm vorbeigelaufen. Beim nächsten Schuss bin ich in die Luft gesprungen. Er hat mich nicht getroffen. Dann bin ich einmal um die Baracke gelaufen und er hat genau auf mich gezielt und ich auf ihn gezielt. Er hat an mir vorbeigeschossen und ich habe ihm volle Ladung gegeben. Und weißt du, was du mir sagst? Der hat Slugschuss gehabt. Der hat keine Backshot drauf gehabt. Sonst hätte ich auf jeden Fall eine eingefangen. Am Ende hätte ich auf jeden Fall was abgekriegt. Tja, dumm gelaufen. Hehehe. Papa ist einfach nur der Beste. Ja, das ist unsere efectare. Das hast du jetzt gesagt. Ja das war ja auch komplett gegen euch! Gegen alle! Ah, von Fehlern lernt man. Ah, das Anfänger hier. Zu Leuten hier. Deswegen hab ich den Namen nicht geschrieben im Chat, sondern nur der Rest. Okay, ich bin jetzt still. Vergess aber bitte dich nicht. Ja, ich bin ja präsent, ne? Also... Dann hätte ich mal das lieber abgehauen, hätte ich die Scheiße im Rücken gekriegt. Dann hätte ich jetzt da, ich stand und bliebe straight. Nein, ich müsste die Schnauze aufmachen. Mir hat das angehört, als einfach von vorne kam. Deswegen hab ich auf andere Richtungen gezogen. Ich schimmel hier schön ein auf dem Bett. Schaukel mir die Eier. Alles ist gut, Jungs, alles ist gut. Ich lieg wirklich auf dem Bett, ganz oben auf dem Doppelstockbett. Ey, Hände hoch. Stehen bleiben. Bleib stehen. Ah ne, da bin ich. Jungs, soll ich euch mal einen Dreamshot checken? Hohoho, ist das fies. Von dem Masse, oder? Nee. Was ich grad treibe. Ich bin hier voll präsent und pass auf und... Oh, und uh, na. Ist der Pitbull, ey. Siehst du? Voll konzentriert ist er. Was? Warum? Ja, liegt da chillig rum, ja. Bin ich so laut, oder was? Oh, es macht aber auch richtig Spaß. Guck mal, Schatz. Mein Team ist gestorben und guck mal ganz kurz, was ich mach hier. Ich... 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 Das ganze... Nee, hatte ich... Hatte ich gemacht. Es liegt schon alles draußen. Was hast du gehabt? Maschinengewehr? Du hast kein Maschinengewehr. Nein, die SGK5. Ja. Mein Gott. Aber die seh ich hier gar nicht. Sieht aus. Was? Doch, mit zwei Magazinen. Bist du das? Bist du das? Bist du das? Bist du die Frau? Schwarz? Ich bin schwarz, ja. Ich bin schwarz, ja. Ja. Was ist? Soll ich springen? Nein. Hast du trinken? Rucksack? Rucksack? Trinken, essen und so? Hast du? Ich hab ne Dose und nur... Ach so. Ja, ja. Möchtest du was haben? Ich bin da erkältet. Entschuldigung. Erkältung hat mich voll... Es wär cool, wenn jetzt nicht irgendwie präsent ist, dass ihr nicht ganz so viel, weil... Ich bin mir jetzt unsicher, ob ich gerade Stats gehört hab draußen. Das heißt, ich muss jetzt rausgehen und muss gucken. Weil da draußen liegt der ganze Stuff. Nein, kein Spieler im Moment draußen, ich geh wieder rein. Äh, ich geh wieder raus. Hehehehe. Ich guck, ob ich noch vielleicht ne bessere Stelle finde, um zu schießen zu können, wenn niemand an den Loot will. Es sieht aber schlecht aus. Die Fensters sind alle in die falsche Richtung hier. Gut. Hier ist ne Zusatztasche draußen im Container, du. Den du unbedingt vom Zombie haben wolltest. Ist hier draußen im Container gespawnt. Das ist... Ich dachte, das ist ein Zombie, aber der hat er auch nicht gehabt. Ne, der hat einen großen Rucksack gehabt. Äh, da ist einer rumgelaufen. Aber der große Rucksack ist kaputt. Ich hab wieder Schrotflinde drauf geschossen. Ähm, Entschuldigung. Papa kann nix anderes als mit Schrotflinde schießen. Aber damit ist er gut. Da ist er geschult. Da ist er richtig geschult. Das ist ja auch das, was ich schonmal sage. Jeder sollte die Domainwaffe benutzen, mit der er am besten klarkommt. Das ist bei mir die Schrotflinde. Das ist nur mal so. Das ist, weil ich ein alter Mann bin. Ich hab halt nicht mehr das beste Aim. Ne. Ne, es ist so. Bei der Schrotflinde brauchst du nicht das Aim. Ich hab schneller niemanden weggeschossen mit einem Schuss aus der Schrotflinde, als wenn du mir eine vollautomatische Waffe in die Hand gehst. Ich muss erst anvisieren, ich muss den Typen draufkriegen und dann erst abdrücken. Dann hat sich das mit der Schrotflinde schon längst erledigt. Ich schieße mit der Schrotflinde aus der Hüfte. Das musst du auch mal überlegen. Ich ziele ja gar nicht. Ich schieße komplett aus der Hüfte mit der Schrotflinde. Ich hab das so lange geübt. Am Brunnen. Am Brunnen. Wo bist du? Ja, ich hör dich. Und am Brunnen. Hast du meinen Dreamshot angeguckt? Ja. Gut, ne? Also du siehst, ich bin aktiv. Sehr aktiv. Ja. Ein bisschen. Da ist wieder was gespawnt glaube ich da drüben. Einmal Rauchgranate. Ach komm, die gönnen wir uns jetzt. Wie geht denn das jetzt mit der Rauchgranate? Warte mal. Ich tue jetzt die Rauchgranate in die Hand nehmen. Ne? Irgend so was war das doch. So, jetzt muss ich doppelt Viereck. Und jetzt R2? Ja. R2. Halten und dann loslassen. Aber dann ist sie doch noch nicht gezündet oder? Na doch, anpinnen musst du. Wie zünde ich denn die an? Na der geht automatisch los. Halten R2 und dann musst du anzünden und dann ausholen. Ne, der holt nur aus. Aber anzünden tut es so nicht. Na dann einfach nur in der Hand nehmen und dann musst du unten links anpinnen stehen oder woher. Äh. Scharf machen. Entsichern. Entsichern. Und jetzt? Das ist halt deutsch. Jaaah. Entdeckuung. Jaaah. Puff. Lebt noch. Ist doch gar nicht so schlimm wie du sagst. Weiß wie lange ich das Ding jetzt in der Hand hatte. Und dann bis ich die endlich weggeworfen hab. Ohohohohohoho. Mit der richtigen Granate wär ich des Todes gewesen. Das ist ein echtes Gebläht. Na klar, wenn du die Schaf hast, hast du nur die so und so viele Sekunden, um die wegzuschmeißen. Natürlich. Die geht ja auch in der Hand los. Hab schon einige Leute gesehen, die sich die Beine wegrissenらtern haben. Weil sie es so lange festgehalten haben. Aber wo bist du? Ich komme jetzt langsam ins Airfield rein. Warum ins Airfield? Er ist unterhalb, die kleine Military Base. China. Die China ist an dem Berg da. Ja, genau. Da bin ich gerade vorbei gelaufen. In Airfield. Wir haben doch gesagt, dass wir da bei dieser Military sind. Nicht beim Airfield hatte ich vorhin aber auch nochmal betont. Oh, dann sorry. Falls du hier ankommen solltest, bin ich auf jeden Fall bei der Baracke, wo die ganzen Leichen liegen. Hm? Okay. Ja, ja. Richtig. Auf jeden Fall. Sovon ausgehen. Ich bin jetzt noch nicht hingegangen, weil ich dachte... Sorry. Missverständnis. Kommunikation gleich. Ich bin jetzt schon über den Februar. Ja. Ich bin jetzt schon über den Februar hier. Ich muss jetzt noch nicht hinbekommen. Ich muss jetzt noch ein paar Bäume finden. Ich verfolge den Zombie. Ja, lass. Das ist Zombie-Zombie. Oh, wenn ich der hier hier hinbekomme. der lässt sich einfach dieses lar magazin das ist nix für die mosin oder du rennst an der straße ist es ist es was für die die du hattest die ssd oder sds ich warte das mal bis der kollege kommt hier und ich bin eigentlich equipt ich brauche eigentlich gar nichts mehr mittlerweile ja hauen hauen dort hier ist motoröl brauchen wir es da siehst du wenn das licht angeht so hat gut an ok keine ahnung wo unten und vorne und hinten ist ja aber ich bin dabei auf der seite wo es gefällt wo es gefängnis ist direkt bei bei den baracken halt nein negativ Oh, hier haben sie Straßensperre geboren. Wie muss ich mir das vorstellen? Lauter Holzfehle auf der Straße in Brunienbrand. Was für ein Schwachsinn. Einfach nur die Pfähle. Die Baracken sollten eigentlich gänzlich zu sein. In einer ist ein Zombie eingesperrt und daneben in der bin ich. Wahrscheinlich in den letzten Raum mitkommen. Ich weiß nicht wo der abgammelt. Musst du ihn fragen. Ich habe den da drüben nur eingesperrt. Ich komme jetzt auch gleich raus. Ich sperre jetzt gerade die Tür auf. Ich bin da. Wie gesagt, hier liegen extrem viele Leichen rum. Das ist nicht zu verkennen. Naja, ich sehe dich auch. Hier ist der ganze Stuff. Ich weiß nicht wie... Alles was jetzt irgendwie erst mal gelootet wird und reinkommt ist halt gut. Ja, hier ist der Typ gewesen. Und hier ist Korsak sein ganzes Zeug am Ende. Also... Ist jetzt mal ein Risiko für meinen Loot. Aber ich lege jetzt meinen kompletten Loot hier in eine Ecke vom Raum hinten. Das lässt du bitte in Ruhe. Ganz hinten in der Ecke lege ich jetzt mein ganzes Stuff hin. Und dann gehe ich raus und hole was ich holen kann. Nicht erschrecken, da kommt so ein Nagi-Dai raus. Meck meck. Roadrunner. Ja. ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Du solltest auf jeden Fall sehen, dass du Rucksack etc. und Co. mitbringst, weil das hat er dir zerschraubt mit der Schrotflönde, das war ja klar. Das ist kaputt alles. Bei mir? Wie sieht es bei mir aus? Ja, du bist ja so gestorben, aber bei dir sind irgendwie Sachen verpackt, die ich nicht mehr aus den Sachen rauskriege. Da musst du dann selber mal gucken. Aber wir haben hier so viel Stuff jetzt mittlerweile auch durch den Typen, also keine Sorge. Drück lieber die Daumen, dass ich alles reinkriege. Ich drück dir alle zehn Finger. Sag mal, wie weit lauf' mir noch? Na, der dort noch eine Weile. Eine Weile groß. Ja, halbe Stunde. Ah ja, dann nicht gleich noch eine Stunde. Ja. Ziemlich krass gemacht mittlerweile alles. Du Relogst jetzt nicht. Es wäre mir eh lieb, wenn du ein bisschen aufpasst. Aber ich mache hier den Bambi und du sitzt da drin und schaukelst dir die Eier. Wie solltest du ein bisschen gucken? Wir machen Bambis. Aber wir haben beide eine Glatze, ey. Oh, warte mal. Ich muss was drücken. Ich muss was drücken. Oh, warte mal. Oh. Ich komm gleich. Ich komm mal in die Schrotflinte, der Typ hier, der hat ja auch noch in der Hand, das ist eigenartig. Jetzt ist die Schrotflinte weg. Ist egal, passt schon. So, ich geh jetzt hier wieder rein und chill erstmal, bis die irgendwie in die Richtung kommen. Das heißt, ich nehm jetzt mein Equipment wieder da hinten. Dann kann ich gleich machen, sobald ich mein Equipment habe. Ich hab alles abgelegt. So, jetzt sollte das wieder gehen. So, Tür ist zu. Warum? Dann lock dich kurz aus. Jetzt kannst du dich ausloggen, jetzt bin ich ja fertig. Lock dich kurz aus, komm bitte rein. Dann ist es so, wie du sagst. Das ist gerade buggy. Gut. Klamotten sind alle ganz. Was mich andisst so ein bisschen ist jetzt, dass von dem Typen, den ich da umgebracht habe, alle Waffen weg sind. Der hatte ne Mossing und der hatte... Ach, die hast du. Okay, gut. Okay, nur gut. Dann ist es nur die Schrotflinte, die weggeplatscht ist. Dann ist es okay. Dann ist es okay. Weil das wäre echt übel gewesen, wenn so alles weg gewesen wäre. Hat meiner Meinung nach auch irgendwas mit dem Respawn zu tun. Ich kam heute auch wieder nicht an meine Sachen ran, wo ich meine eigene Leiche gelootet habe. Jetzt sind immer noch Fliegen unterwegs. Vielleicht sollte ich jetzt auch noch mal kurz rausgehen und den einen auseinander schneiden. Du bist ja gerade am einloggen wieder, denke ich mal. Ich schließe dich kurz ein. Tja, jetzt gibt es keine Fliegen mehr. Ja, ja, den will ich auch wieder frei lassen jetzt. Ups. Komm, hier, weiter, weiter. Natürlich. Ja, ich habe drüben den Zombie rausgelassen. Dann kann der draußen ein bisschen präsent machen. Nö, nö. Ich bin kein Scharfschütze. Kann ich eh nicht mit umgehen. Also schon, wer da ist das Scharfschütze. Was? Ka hat er doch? Ja, ja. Ka hab ich ja. Er hat doch nur 74 U. Ruhe, Ruhe, Stats. Gut, ihr könnt weitermachen, das ist der Zombie, der ist gerade einmal um die Baracke gerannt. Ja, sorry. So. Also für die Waffe, die ich habe, brauche ich, Moment, 5.45x39. Cool, ja. Ich habe nur drei Magazine, also. Nein. Okay. 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 Ich bin gerade am Aufräumen. Okay. 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 Oh, okay. 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 Ich habe alles im Blick. Ich bin nun mal gespannt, ob der Typ auch sich nicht nehmen lässt und wieder hier hochkommt. Bin ich echt mal gespannt. Eier hat er gehabt in der Hose. Ja, das war dem scheißegal, dass hier drei rumlaufen. Der hat da voll reingeknüppelt. Fand ich auf jeden Fall cool. Könnte ich gewesen sein. Halt doch einfach fest. Genau. Ja, und die Leute können dich von außen wegschießen. Kommst niemals auf den Schrank hoch. Von der Hitbox her. Was... Das ging früher bei vielen Dingern, aber jetzt haben die diesen neuen Ding da mit dem hochziehen und seitdem kommst du nämlich nicht mehr überall drauf. Die haben da ja teilweise... hier ich bin jetzt auf spinnt aber ich kann nicht aufstehen und damit kann ich auch nicht durchgucken die decke ich komme nicht hoch also funktionieren tut es nicht hier durch die wand gucken das ganze gegen da muss ich immer nur kurz springen dann kann ich kurz raus gucken das war es aber auch schon ich sag dir das haben wir einiges dran gemacht dass es nicht mehr möglich ist noch nicht mehr so einfach ich habe bei dem einen haus auch immer oben auf dem schrank gestanden und habe immer das umfeld beobachtet das geht auch nicht mehr du kommst gar nicht mehr richtig auf den schrank drauf da brauchst du zwei stunden wenn du da hoch willst ja sind ordentlich leute drauf hier kann man sich also ich sollte langsam ein bisschen zu trinken finden ich war es nicht sorry was sagt denn trinken schon gelb wird ja ich denke wenn du kotzen muss vorne eingangsbereich an der tür steht ein heimann weiß bescheid naja ich sag ja nur ist es mir aufs bett kotzt hier kann man auch gut rausschießen ne ist geil ist da irgendwie eine stoffmütze noch drunter er sieht behindert aus oh gott sie aus der badekappe die frätze jetzt setzt das andere wieder auf es ist so schlimm ja ich bin selber schwarzer mann ich sehe mich besser aus wir sind nur schwarz unterwegs guck ich sehe auch nicht besser mit raster ja gleich bin ich auch ja ja ist die jacke von dir hier ja aber ich habe nur ne also meine ist die hat weniger item plätze deswegen tausche ich jetzt und taktischer hat 30 und wie viel hat die 42 brauchen wir da nicht in die polizeiwache mal rein ah ne ist keine oder hier hier in den haufen wo ich bin liegen op-handschuhe das waren meine die kannst du nehmen wenn du sie unbedingt haben willst weil ich habe von dem typen da die handschuhe genommen der hat schon ordentliche gehabt auch gut hier ist noch eine weste ne falls du keine hast hier bei der leiche die hat der zombie gehabt ich weiß aber nicht ob sie noch ganz ist weil ich habe drauf geschossen mit der schrottflinte aber scheinbar ist er noch ganz ja super ja der rucksack guck dir mal den rucksack an der ist nicht mehr magellos der ist durch ja das jetzt gemacht ach das ist weil ich die lampe auf dem kopf habe die lasse ich auch drauf was wollte ich denn was brauche ich denn zum bauen nägel holz und was noch werkzeug haben und so scheiß ja aber beides nicht da ja ja das war von mir nee dann egal sonst hätte ich jetzt hier einfach mal eine holzwand gebaut aber das schwachsinn ich verliere gerade blut ich muss mich verbinden mache ich mache ich gerade es ist oft gelb längst es reicht aus warte ich guck mal was du geschrieben hast moment ja servus moin problem wir warten auf den rest des teams gerade hier die sind verstorben wir hatten kontakt und jetzt bewachen wir den loot also hier ist gerade ein bisschen unspannend aber kannst trotzdem drauf bleiben wenn du magst die spannung ist sozusagen schon vorbei aber wird bestimmt nicht der letzte ärger sein den wir heute haben oha ja geschoss das nicht auf uns oben am airfield wird geschossen ja kollege ich weiß es nicht wie alt du bist du kannst gerne mitspielen klar aber problem ist wir spielen jetzt auf dem privatserver aber also das heißt du müsstest dich über discord erst da bei den serverhorster in verbindung setzen dass der zugangsdaten gibt es ist nicht so dass ich jetzt einfach die zugangsdaten weitergeben könnte das funktioniert nicht aber hier kommen nur leute drauf wo die wissen wer auf dem server ist sozusagen aber hier ist gut was los also finde ich geil da hat mir auch versichert dass in der woche über hier immer was geht und eigentlich auch rund um die uhr immer irgendwie leute online sind also von daher top gibt keine regeln außer wenn jemand vor dir steht und die hände hoch hebt also sicher gibt dann solltest du ihn nicht erschießen das ist die einzige regel so ich guck doch was du geschrieben hast ist okay wenn ich kurz eine rauchen natürlich darfst du eine ach so legt mich kurz hin hey du vogel schießt gleich ins gesicht der trägt mit stinkefinger hier der vogel servos leute ist gerade ein bisschen unspannend wir müssen hier loot bewachen für unsere teamnets die verstorben sind sie sind aber schon auf dem weg also kann sich nur um stunden handeln deswegen steht da auch ich und der rest einer von dem rest ist schon bei mir hier wie man sieht das ist so ein überbleibsel oder so weiß ich nicht wie man solche leute nennt leute die lange weile haben die kein real life haben guckt euch an da wie ihr rumhopst hier da habt ihr auch den name tommy strike 86 also wenn ihr wenn auch wenn euch so einer mal edit ne vorsicht ist es immer noch der ganze loot hier oder respawn da irgendwann was wenn wir jetzt hier bleiben nehmen wenn wir es hier sind kann nichts passieren gut da bleiben wir hier ich hab schon geschafft wieder hoch zum airfield zu wenden und meinen eigenen look zu machen oh das ist gut gut ab so für die zuschauer die eventuell interesse haben mal mit mir zusammen zu spielen weil es alleine langweilig ist ja oberstes gebot 20 plus leute die schon ein bisschen was im kopf haben können auch mit 18 von mir aus kommen aber ich bin halt schon ein bisschen älter das wäre das erste das zweite wäre dann sowas wie eine persönliche nachricht oder freundschaft anfragen irgend so was müsst ihr dann schon machen ich weiß ja nicht wie ich an euch rankommen ich werde jetzt ganz bestimmt nicht auf dem desktop gehen und da versuchen irgendwelche leute zu appen die mit spielen wollen ist glaube ich verständlich ist auch nicht böse gemeint also hätte mich einfach da kann ich nicht kurz auch in die party reinholen dann kann man gucken schrankenreiner ist drauf also wie gesagt am besten du ättest mich erst mal bevor ich dir irgendwas da an daten weitergebe äh also wie gesagt am besten Das ist mein Bett, ja? Ja, Pussy. Ich habe gesehen, wie du dich breit machen wolltest, ja, auf mein Bettchen. So geht's ja wohl nicht. Heute ist Chill-Time. Ist er wieder da? Der Raurer. Haha, soll ich dir einen blasen oder was ist los? Alter, sieht übel aus. Nee. Ähm, rote 1979. R-O-H-D-E-1979. Noch mal langsam. R-O-H-D-E-1979. Sollte aber eigentlich oben in der Ecke stehen, bei meinem Stream. Merkwürdig. Steht der PSN, wenn wir nicht beim Streamen immer oben irgendwo? So eigentlich? Ja. Gell? Na ja, eigentlich schon. Hm. Nicht, dass jetzt gleich so ein Quietsche-Engine ankommt mit 14 Jahren. Warte mal einen Moment! Bleib mal stehen! Bleib mal stehen! Oh, 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 was ist das denn? Ja, was war das denn jetzt? Alter, warte mal. Bleib mal stehen! Geil. Ich würde zur Mauer einen rauchen, ey. Das ist so grottenlangweilig, hier den Stuff zu bewachen. Das geht ja gar nicht, ey. Die Zombies können wir nur verschwinden lassen, wenn wir die vergraben, gell? Brauchen wir Schaufel. Scheiße. Ich habe keine Schaufel. Es sind, glaube ich, auch ein paar zu viele, die da draußen liegen. Zerschneiden kann man die ja leider nicht, oder? Nee. Das ist auch so eine Scheiße, ey. Warum geht das eigentlich nicht? Schön lecker Zombie-Fleisch, Mensch. Gibt nichts Besseres. Hm, Menschen-Fleisch. Hört sich interessant an. Zombie-Pass-Off. Dann darf ich mal kosten. Gib mal deinen rechten Arm her. Hahaha. Ah, jetzt kommen die Angebote, ey. So, jetzt muss ich mal gucken. Gesten, sonstiges Grüßen, Kommunikations-Spot. Lehnen. Selbstmord. Das lassen wir lieber. Gerade sitzen. Erbrechen. Oh. Tanzen. Hinlegen. Winken. Hinlegen. Oh, ist das dein Ernst? Oh, wie legt er sich denn hin? Das ist die Scheiße. Warte mal. Noch mal. Hör ab, du Striche. Mein Bett. Ich will nicht mit dir schmusen. Ja, es war ja klar, dass irgendwas kommt hier. Er kotzt mich da an, dieser Typ. Jetzt liegt er wieder da so an der... Warte mal, das ist nicht anders. Das ist ja... Erstmal muss ich in die Richtung gucken, glaube ich. Und dann müssen so... Glaube ich zumindest. Ähm. Es soll ja gut aussehen, ne? Wenn wir uns schon hinlegen. Oh, guck mal. Jetzt dreht er sich ja noch. Scheiße. Ne? Naja. Der blinzelt nicht mal, ne? Also atmen tut er ja noch. Aber blinzeln tut er nicht. Nicht ein Stück hier, der Typ. Der hat den Stahlblick. Der eiserne Blick. Was machst du eigentlich da hinten immer in der Ecke? Hast du doch irgendwas versteckelt, oder? Bin mal ganz ehrlich, ey. Du machst da wieder irgendwelchen Scheiß da. Oder... Ach, der spielt sich an der Rosette rum. Alles klar. Da kam eine Freundschaftsanfrage. Moment, ich nehm sofort an. Gibt's kurz ein Blue für euch. Oha. Ich meine, ne. Stehen sie an Avatar? Sieht das aber nicht gesund aus. So, Kollege. Ich hab die Freundschaftsanfrage angenommen. Ich muss jetzt nochmal sagen, ne? 20 plus, bitte. Nicht, dass jetzt hier gleich alle Leute aus der Party fliehen, wenn du reinkommst. Ich würde dir eine Partyeinladung schicken, wenn das okay ist für dich. Mach ich eigentlich auch nicht gerne da mit irgendwelchen Leuten, die da im Chat zugucken. Aber gut. Vielleicht kommt ja was Ordentliches bei rum. Ansonsten für alle anderen jetzt den Typen einfach dann stumm und gut und fertig. Falls es nicht passen sollte. Ich sag denen das aber dann auch noch. Gibt nicht nur quietschestimmen. Es gibt auch Leute, die ein bisschen älter sind, aber noch nicht erwachsen im Kopf. Soll's alles geben, ne? Anwesend. Partyeinladung ist raus. Moin oin. Moin oin. Ja, gerne kannst du mit uns mitspielen. Wie gesagt, ich hab mich jetzt doch entschieden auf den Privatserver zu gehen. Ich hab einen vernünftigen gefunden, hoffentlich. Ohne Regeln. Ohne Regeln. Ja, weil... Ja, weil... Normale... Server-Suppers sind so asoziale Spiele da drauf, ne? Kann man nicht mehr spielen. Ja, man findet halt auch nix mehr, ne? Weil die alles irgendwo dark tuben und unter die Erde bringen und das... macht ja keinen Spaß mehr dann. Ja, da... Discord hast du? Ja, hab ich. Okay, ich geh jetzt noch mal auf den Desktop, ich lad mal schnell den Kollegen ein. Kann sein, dass der vielleicht jetzt keine Zeit hat, aber ich hoffe, dass er Zeit hat. Komm jetzt rein. Und der gibt dir dann die Zugangsdaten. Die Tür ist zu. Ja, ja... Vielen Dank. Vielen Dank. Du weißt, dass du, was du jetzt gerade gemacht hast. Servus. Du kannst damit die Tür zerschlagen. Du kannst die Tür auch selber zerschlagen, mit einer Axt. Türlein, Türlein an der Wand, wer ist das schönste im ganzen Land? Korsak. Jetzt kommt es nach auf. Oh, es ist auf. Mir ist nämlich heute Dietrich abgebrochen und dann war ich eingeschlossen. Wo ist jetzt meine Tasche? Oder war das gestern? Gestern war das, glaube ich. Und dann habe ich mit der Axt die Tür aufgeschlagen. Warte, wo ist meine Tasche? Ach, da. Also, man kriegt die Tür auf jeden Fall auch auf. Ja, jetzt hängt er an zu tanzen da oben. Das ist ein Stricher. Okay. Party. Hey. Das ist Korsak sein Zeug. Mach mal langsam jetzt. Du kannst da nicht einfach was nehmen. Dein Häufchen ist da hinten. Hier. Da liegen auch deine Waffen und alles dazwischen. Du musstest jetzt mal alles ein bisschen auseinanderreißen, sonst kommst du nicht an den Loot. Musst du die Klamotten irgendwie mal runternehmen oder so? Musst du woanders hinlegen? Das musste alles schnell gehen. Ich war alleine. Sorry. Ja, jetzt sind wir mittlerweile alle schwarz. Wir haben nur noch... Oder der ist auch schwarz, oder? Nee, der ist weiß. Du gehörst nicht zu uns. Hör, schieß den ins Gesicht. Ja, das ist Menschenfleisch. Jetzt wirkt er auch an. Hey, Bruder. Hey, wir können uns jetzt Bruder nennen. Hey, Bruder. Was geht? So, jetzt geh ich noch mal gucken, ob der Kollege... ...soll für dich und von daher... ...logger machen jetzt. Nein. Mehr kann ich nicht machen. Naja, alles gut. Hab Zeit. Es wäre schon mal gut, dass du Discord hast. Zwei von uns hatten heute nicht mal Discord. Musst du dich erst registrieren und alles. Hä, warum schmeißt du mir das Ding da ins Gesicht? Was soll denn das, du Stricher, du Elendleiter? Gehst gleich raus vor die Tür, ja? Gehst du vor die Tür, ja? Ah, ja, ja, ja. Klapsen lasse ich mich drauf ein. Guck mal hier, das kriegst du als Antwort dann. Antwort dann. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Wie heißt du noch mal? Oder wie darf man dich nennen? Mich? Ja. Ah, einfach Juli oder Julian. Okay. Du müsstest doch eigentlich nur... Ich helf dir mal ganz kurz. Wenn man jetzt zum Beispiel die Hose hier rausnimmt. Siehst du so, jetzt habe ich schon deine Schrotfländer. Siehst du? Zack. Dann musst du mal hier ein bisschen auseinanderreißen und deinen ganzen Loot nehmen. Deine ganzen Baffen, deine Munition. Kannst du auch alles liegen lassen. Das ist mir egal. Nee, nee. Das ist... Das ist cool. Der lässt sich alles... Oh, nee. Hauptsache ich habe meinen Rucksack wieder, meine Hose. Alles andere ist uninteressant. Junge, aber das ist ja aber eine anstrengende Arbeite. Ah, jetzt hatte ich es. Jetzt. Nein, das ist was Falsche. Hast du deine Weste retten können? Nee, die ist was auch für dich. Scheiße. Oh ja, das wäre cool. Oder? Habe ich die Dinger weggeschmissen? Nee, habe ich noch. Wo da? Wo ich stehe? Ja. Was? Hat er mir mitgebracht? Okay. Nee, sehe ich nicht. Ich stehe dieses Fettstück nicht weg. Warte mal. Muss ich die Jacke mal kurz... Nee, du siehst es nur. Ist alles rausgenommen. Ich muss mich... Ah, bist du das, ja? Sonst hätte ich... Ja, dann bist du das und lockst du aus, weil ich dachte schon, ich wäre das. Ich wäre das. Was ist mit ihm? Das ist so traurig in der Ecke. Darf ich euch kurz alleine lassen und... ...euch einschließen? Also wenn ich tot bin, müsst ihr euch hier rausschlagen, ne? Ist euch klar. Ihr habt ja eine Axt. Ich will mal kurz einen Rundgang machen und gucken, ob ich... ...vielleicht noch eine Weste oder so finden für den einen oder anderen von uns. Wie, du kommst mit? Wie, du kommst mit? Achso. Ich dachte jetzt, einer von denen, die hier da drin sind. Deine Stimme sollte ich ja eigentlich schon geschult haben, ne? Kennt man sich ja schon ein bisschen. Welche Barake bist du? Links oder rechts? Egal. Ich werde es merken. Ich komme gleich sofort eben wieder, ne? Jupp. Ich gehe mit Connecticmas fragen. Also hier drüben liegt noch der alte Stuff von vorhin. Guten Musikgeschmack hat einer von euch. Was hat niemand? Einen guten Musikgeschmack. Minimaltechnik. Achso. Oh. Magazin für mich von meiner AK. Cousin. Ach, diese Scheißfette. Alter, das backt da richtig krass, man. Ich krieg's einfach nicht weg. Ah, jetzt hab ich's. Oder muss los? Ich bin bei dem Gefängnis jetzt bei der Barake. Oder bei den Zweien zumindest da. Bis jetzt auch nur eine Zusatztasche gesehen, aber keine Weste. Insgesamt sehr wenig. Aufgeploppt. Oh, nehmt die Schrotflinte. 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 Mach nicht so'n Stress hier. Auf der Treppe? Auf der Treppe? Nee. Okay. Bist du noch Gefängnis? Gefängnis? Ja, ja. Okay, ich komm grad rein. Unten hast du schon geguckt, oder? Ja, schon geguckt, oder? Ja. Kommst du hier nicht raus? Kommst du hier nicht raus? Hehe, hat nicht geklappt. Hehe, hat geklappt. Hehe, hat geklappt. Jaja. Nix. War nur in den einen Containern diese Zusatztasche, das war's. Achso, du hast ja die Weste, ne? Ist das diese Weste, wo man die Zusatztasche dran machen kann? Dann hol ich die Zusatztasche, ich bin gleich bitte da. Dann trage ich mal das kleine Täschchen so rüber, in der Hand. Hier, und ich droppte die Tasche. Bitteschön. Bitteschön. Wann kommt eigentlich das Update 1.6? Dann, leg die Weste nochmal hin. Weil ich hab's da glaub ich gesehen. Ich seh sie ja auch, wie du in der Hand hast. Warte, jetzt nehm ich die kurz. Und leg sie nochmal hin. So, warte, und jetzt... Siehste? Dann gib mir die kleine Tasche mal. Ach, jetzt nimmt er die Weste wieder weg. Nein, das war der Pullover. Wenn du derjenige jetzt bist, der die verpackt ist und kombinierst jetzt, dann ist alles beide kaputt. Also, ich seh's komplett. Du nicht, Cossack? Nee, nee, ich geh nochmal raus. Liegt komplett da, kombiniert schon. Ich nehm's mal in die Hand. Ja, ist komplett kombiniert. Ach, der Kollege meldet sich nicht. Schreib nochmal. Oder warte mal. Vielleicht muss ich hier über diese Discord-Gruppe, da komm ich vielleicht besser ran an ihn. Wo ist mein Scheiß-Handy? Normalerweise müsstest du dich doch... ...auch so in der Gruppe anmelden können, erst mal. Und wenn er dich freischaltet, hast du dann automatisch Zugang. Aber das Pullover ist wie heiß. Wie heißt die Gruppe? Das war meine Telefon. Ja, ja, ich bin jetzt gerade dran. Ich guck jetzt gerade. Okay. Einladung erstellen. Das Problem ist, dass das so komische Codes sind. So NAP-Codes. Also das wäre HTTPS. Doppelpunkt slash slash. Discord. Wenn du das hast, sagst du mir Bescheid. Es ist ja nicht so komische, weil ich jetzt nicht schalte. So. So, wobei treten. So jetzt. https Doppelpunkt Slash Slash Discord Punkt Gigi Ja, hab ich Slash TMS Kleingeschrieben Ja Und NQQ Großgeschrieben Und dann hoffe ich, dass der noch aktuell ist, der Schlüssel Dann guck mal, ob du in die Gruppe reinkommst Oder ob da eine Meldung kommt, dass der Schlüssel abgelaufen ist Daisy The Rolling Dead Genau Und jetzt müsstest du warten Bis er sich mehr oder weniger meldet und dich da freischaltet Wenn du da auf Passwort drückst, dann Passwort einblicken kannst Und alles Und Server ID Okay Das macht der eigentlich, der ist eigentlich ziemlich hinterher Und der ist auch gerade online und spielt selber Daisy hier auf dem Server Also von daher Ich schreib den nochmal persönlich Ich bin Wie oben links in der Ecke, wie meinst du, ist das jetzt im Spiel Nö, hab ich nicht Also das mit der Weste hat geklappt, wunderbar So, jetzt versuche ich mal hier den Kollegen irgendwie anzuschreiben Nö, das funktioniert nicht, du bist dann irgendwie am Arsch Achso, das kann ich selber gucken, ich gehe mal kurz auf den Desktop Jetzt muss ich mal ganz kurz schreiben, dass der Kollege zu mir gehört Brauche ich natürlich einen Username Mit wem haben wir es denn hier zu tun Sind wir jetzt zu dritt oder zu viert? Zu fünft, ich will es wahrscheinlich gleich Ah, okay Aber warum sind wir nur drei Leute hier drin? Der eine Kollege hat noch keinen Zugang auf den Server Nein, hier sitzt doch noch jener und hier liegt doch noch jener Ich schreibe aber gerade, dass er zu mir gehört Dass er freigeschalten wird Nicht, dass sie langsam Angst kriegen Der Rode ist den ersten Tag da und kommt schon mit fünf Leuten Ich habe ihm ja auch gleich gesagt, was bei mir Programm ist Raider Es gibt kein Hero bei mir, habe ich gleich gesagt Klipp und klar Es ist alles nur geklaut Das ist alles gar nicht meine Warum ist die Schrott? Oh, da hat er dich aber gut getroffen Hat sie auf dem Rücken? Ja, das ist nämlich das Okay, dein Rucksack war ja durch Den hat er ja komplett durchgeknallt Oh, hier ist noch Munition für mich Dankeschön Wunderbar Du bist ja ein Engel Dann dropp ich dir in der Wasserflasche Oh, dann kannst du dir an deinen Gürtel machen Hast du schon eine Wasserbulle? Ja, ich habe ja nur die guten Sachen Ich verstehe das eh nicht Wo ist mein Gürtel? Ich habe einen Gürtel Man kann keine Wasserflasche dran machen Aber ich schläge den mal kurz ab Wen muss ich aufmachen? Die Buddel? Nein, den Gürtel In der Leiste oben Wo die Waffe, Jacke und sowas Alle das Okay Und wie mache ich den auf? Einfach aufgehen und dann eben mal R3 Dann ist der Pfeil nach oben oder nach unten Vielleicht schlossen oder oben Ich denke schon Ja, ja Kannst du Das ist der Klebebandaufhöhler Den kannst du nötigen So, ich bin wieder da Jupp Hast du schon Freischaltung bekommen? Ich habe schon einen Support geschrieben Dass du zu mir gehörst Oder zu der Gruppe hier auf jeden Fall Ich glaube noch nicht Ja? Falls du gleich freigeschalten werden solltest dann Hoffe ich ja Ähm Musst du Da bei dieser Discord-Seite Moment Wo war das? Ich glaube bei allgemein Einfach dann mal Dein Dein PSN-Name reinschreiben Dass die wissen, mit wem sie es zu tun haben Im Game Weil es ist so eine kleine Familie Also Man spielt miteinander Aber Eigentlich gegeneinander Achso Es gibt eine einzige Regel Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe Dir schon Wenn einer vor dir steht Und ergibt sich Und erhebt die Hände Dann darfst du nicht umbringen Das ist die einzige Regel Du kannst natürlich dann ihn nötigen Kannst ihm das ganze Zeug klauen Etc Wenn sich jemand ergibt Hast du Zugriff auf seinen Rucksack Auf alles Ja, von daher Weil dann kannst du nämlich an seinen Rucksack dran Wenn er sich ergibt Und kannst ihn leer räumen Wie der da hinten jetzt gerade Da gehe ich jetzt hin Und werde mal durch sein ganzes Zeug rausräumen Ja, bleib mal stehen Bleib mal stehen du Bleib mal ganz kurz stehen Nein Ich nehme nichts raus Ich will nur wissen, ob das noch geht Ne, du musst dich erst richtig ergeben Ergeben ist, wenn du jetzt auf die Knie gehst Wenn du jetzt Musst du glaube ich nochmal R2 drücken oder so Dann gehst du auf die Knie und nimmst dir die Hände nach hinten auf den Rücken Oder Kreis Müssen wir nochmal üben Warte mal Erbrechen wollte ich mich nicht Ne, kapitulieren So, warte mal Wie war das jetzt nochmal Ja, genau Guck, guck Hier Aber lass sein Zeug in Ruhe Klau ihm nichts Jetzt kannst du bei ihm nämlich ans Inventar Und kannst ihn ausräumen, wenn du willst Ne, geht nicht Hab keinen Zugriff auf Inventar So, doch Ich hab ihn ein bisschen ausgeräumt Oha Spaß Schnell da Gucken Ist da noch alles drin? Ey, ey, ey Hat noch niemand Hat niemand Ja Die hab ich genommen Ne Servus Musste gerade mal kurz Mich erst erschießen lassen Weil ich in den Chat kommen Habe Ah, okay Aber jetzt bin ich am Strand Und hab zu Eis Also Hi Hat niemand zufällig noch Klebeband übrig Moment, kannst du vertreten? Ja oder nein? Ja oder nein? An die Gruppe An die Gruppe Okay, danke Dann dropp mir das Und dann Ruhe Du bist dran Ja, nee, alles klar Du hast jetzt noch einen Irgendwie Ich hab auch gesehen Einer hat sich Ja Der ist auch schon erwachsen Oder gewachsen Wie du es gerne möchtest Ja und das ist Nur damit ich es raffe Ist das SoulTrack ZZ Ja Ja, hab ich in der Community auch geschrieben Unter Support Falls das Weiß nicht, ob das richtig war Das hat zu mir gehört Hab ich da gepostet Ach, da genau Okay Vielleicht kannst du einfach nur kurz Im Anmeldungsfaden noch Dein PS-Ending garantieren Ja, kann ich machen Im Discord, weißt du Damit so, hallo Und so Hier bin ich Oder was weiß ich Ähm, und dann kann ich dich grad aktivieren So Und dann schreibe ich dir Okay Das ist it Die nächsten Tage werden übel für euch Ihr Flaschen Mal gucken, was passiert Nee, lieber nicht Wir haben gerade schon ein Team Fahrarztes hier Also übertreibt's nicht Ich mach's schön gemütlich Geht's in Ruhe an Wir waren jetzt gerade im Military Zu dritt Und unser Kollege Der spielt ja erst seit gestern Hat halt einen großen Fehler gemacht Und meinte halt Er müsste an der Military rumschießen Wegen Zombies Das hat natürlich einen anderen Spieler Aufs Programm gerufen Und das sind meine Also ein Team Nee, das hat er erwischt von mir Der Kollege hat sich irgendwie selber getötet Keine Ahnung Und ich musste den Typen töten Und ja Diesbezüglich war hier oben gerade Ziemlich gut Action Ja, ja, ja Wir hatten auch gerade Action Wir müssen nur gucken, dass wir nicht zu viel Äh Ja, ihr wisst schon Ihr macht das schon Ja, ja Wir wollen ja nicht hier nur Dauerkrieg im Endeffekt Nee, nee Weil wir haben Es bietet echt viel mehr Aber der Kollege Der muss dazu sagen Der Nerd wird so ein bisschen Ich war schon fast tot Ja, ja Ich bin ja auch im Endeffekt verreckt Also was er damit sagen möchte Er lässt sich Oh, man ist schön auf der Militärbase Aber Na ja, wenn mir so fünf, sechs Zombies hinterher rennen Ja, aber ich denke, du hast was dazugelernt Hier macht man das einfach nicht Ja, aber ey Es ist schwieriger Wenn man so Doppeltüren hat Die mit Ein paar Zombies hinter einem Aufzumachen und reinzugehen Als wenn man nur eine Tür hat Wenn du mal bei mir beim Livestream zugeguckt hättest Zum Beispiel Dann hättest du zum Beispiel so wie ich das mache Ja, wenn ich jetzt eine Zombiehorte hinter mir habe Dann renne ich an einem Haus vorbei Drück schnell Viereck Ja, dass die Tür aufgeht Renn einmal um das Haus drum rum Renn rein Drück Viereck Tür zu Und fertig ist Ja, aber die Tür aufmachen Und reingehen Und noch schließen Dass die dich dann batschen Ist doch normal Deswegen Tür aufmachen Einmal ums Haus rennen Und dann erst reingehen Ist so ein kleiner Tipp Ja, aber wo ihr es gerade sagt Ihr wollt jetzt nicht auch nur extrem PVP Oder ihr wollt schon RP auch Also im Sinne von nicht RP Im Sinne von Oh, ich gehe jetzt rum und schwätze Irgendwie Ich bin der aus dem Norden Oder was weiß ich Sondern einfach nur halt auch die Leute kennenlernen Und gucken Weil im Endeffekt bringt es nichts Den ganzen Server zu bekämpfen Das würde ich damit sagen Ne Das war ja auch Wie gesagt Wir haben keinen Kontakt gehabt Bis jetzt Gott sei Dank Wie wir reagiert hätten Weiß ich nicht Und der Kollege Ist ja aufs Programm gekommen Und hat uns angegriffen Das war ja eine reine Verteidigung In Ordnung Von daher Ja, das passt dann genau Nur das mal gucken Dass man nicht Also völlig toxisch Doch am Ende sind Ne, ne, ne Aber das war alle nur rumrennen Und am Tag Dreimal neu ansprinten Oder für mich mal Gut, dann Ja, ja Ja, ja Ne, mein Freundchen Du vielleicht Du sitzt ja schon schön in der Ecke Du darfst hier bleiben Wir gehen und wir holen dich später ab Ja, essen hast ja genügend, oder? Ja, dann rechnen wir Ja Ansonsten liegt hier noch Gedärme und so Gut Ich schlaf ne Runde Ich nehm euch auch mal mit zum Rauchen Kann sein, dass ich abgehackt bin Ach, kann man da schlafen? Ich schlaf auch ne Runde Warte Leg ich jetzt auf dem Bett? Ja, gell? Hört ihr mich? Oder bin ich wieder abgehackt? Nee, nee, nee Dann kann ich euch zuquatschen Und rauchen Das ist geil Männer Aufstehen Bett machen Ja, auf jeden Fall krass Ich meine zwei Leute hier von den Sauhaufen kenne ich Aber dass wir jetzt fünf Leute sind Coole Sache Mal gucken, was die nächsten Tage Ob wir das so halten können Ich würde aber auch nicht noch mehr aufnehmen wollen jetzt Weil ich glaube, fünf Leute reicht vollkommen aus Ja, am Ende sind wir noch 20, 25 Leute Nee, darum geht's nicht Die ganze Kampftruppe Du Wenn du mit 16 Leuten in der Party bist, verstehst du nichts mehr Ja Ist auch schon bei 6, 7, 8 Leuten schwierig Wenn alle reden Und umso Ja, richtig Immer Irgendeiner hat immer irgendwie vielleicht was zu erzählen Oder irgendwas gerade im Kopf Und ja Dann einmal nicht aufgepasst Hast du ja gesehen, wie schnell das eben ging Ich bin drauf Aber sie ist doch positiv Guck mal, wie viel Lug ihr habt Ich wollte es nicht sagen Ich glaube, der Einzige, der sich jetzt hier bereichert hat, am Ende war ich Ja, ich auch Ich bin eh stolz auf das Spiel Ich spiele zuerst in der Zeit Ja, gut Zwei Nee, ich bin stolz drauf Hier liegt Fleisch Alles Also wenn jemand vorbeikommt Nein Nein, 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 nein Es ist halt einfach wichtig Glaube ich So ein bisschen Vernünftig ranzugehen Das heißt Das, was du nicht willst Dass Dass das andere mit dir machen Das solltest du natürlich auch nicht mit irgendwelchen Spielern tun Das heißt Wenn wir jetzt eine Base raiden Wir haben heute schon eine Base geradet zum Beispiel Wir equippen uns Ziehen ab Und das war's Das war's Ja Früher Mit dem Kollegen, der jetzt neu ist Früher hätte ich gesagt Wir zerstören alles Reißen die Zelte ab Und legen den ganzen Loot auf den Boden Wenn das mit dir einer macht Und macht das zwei, dreimal Hast du keinen Bock mehr auf das Spiel Und das ist das, was er jetzt eben gemeint hat Dass man immer ein bisschen berücksichtigen sollte Ja Das ist letztendlich doch Wir spielen zusammen Alle auf einem Server Das ist nicht wie irgendwie ein Public Server Wo alle fünf Minuten ein anderer Spieler reinkommt Wenn du gerade mal einen wegschießt Oder den disst Und der hat keinen Bock mehr Du hast jeden Tag die gleichen Nachbarn Verstehst du? Das ist das Problem Und das gibt natürlich auch irgendwann mal eine Gegenreaktion Wenn du dich so und so verhältst Und das sprichst du dich dann auch in der Discord-Gruppe rum Und die sagen Hier, das ist ein Arschloch Wenn der dir über den Weg läuft Dann schieß lieber Weil der, selbst als Rücksporn Fällt er dir in den Rücken mit einem Steinmesser so ungefähr Weißt du? Also das macht dann schon die Runde Also das heißt Mir ist es egal Ich halte mich wie ein Bandit Ich spiele Arschloch Und das lebe ich auch aus Wenn einer damit ein Problem hat Muss er kontern Ja Aber ich werde jetzt nicht versuchen Die Leute zu mobben Oder zu trollen Weil, weißt du? Weil Wenn das einer mit mir machen würde Und würde mich dann wirklich Ich habe das schon gehabt bei Arma 3 Dass die Leute mich wirklich auf dem Server verfolgt sind Die haben gesehen Uh Jenro joint auf den Server schnell hinterher Ja Und dann nur Ärger machen Jeden Tag Immer Ärger machen Immer Ärger machen Da hast du keinen Bock mehr irgendwann auf das Spiel Und das ist das, was er gemeint hat Wie gesagt Ansonsten Keine Regeln Du warst jetzt eben nicht dabei Der Typ hat als erstes auf uns geschossen Und nicht wir auf ihn Weißt du? Von daher Es ist PvP Es gibt hier keinen Kindergarten Du kannst Besen raiden Du kannst alles machen Aber Du solltest immer den Hinterkopf behalten Ob 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 du Bock drauf hättest Wenn das einer mit dir macht Weißt du was ich meine? So ein bisschen Rollplay Und Weiß ich nicht Wenn jetzt zum Beispiel Einer sich ergibt Und ich habe jetzt gerade irgendwie Menschenfleisch dabei Oder einen verfaulten Apfel Dann Hau ich den Klebeband dran Und hau den Den faulen Apfel Dran Und sag so Dann kümmere dich drum Um deine Gesundheit Ich wünsche dir noch einen schönen Tag Das ist sein Problem Da muss er mit klarkommen Ich habe nicht umgebracht Verstehst du was ich meine? Naja Also Wenn dann ein richtiges Gefecht Weißt du Wo auch Köpfe rollen Wie jetzt eben halt Einer hat Gott sei Dank überlebt Wir haben unser Loot noch Aber Ich hätte auch sterben können Dann hätte der alles gehabt Also ist das Spiel halt Richtig Richtig Wichtig ist glaube ich Einmal nur Dass wir uns ein bisschen fair verhalten Und unsere Loot Spots Wenn wir uns früher oder später Vielleicht mal so zwei Drei Loot Spots machen Da übertreibt man es einfach nicht Dass wir uns jetzt hier Weiß ich nicht 150 Waffen Bunkern Braucht man nie Ja also Weil ich habe auch mit ihm vorhin geredet Und da hat er recht Meistens ist es so Wenn du Frühspons Bist du wieder zum Lager hochgelaufen bist Hast du schon die Hälfte am Loot unterwegs gefunden Verstehst du was ich meine? Deswegen bist du gar nicht drauf angewiesen Auf dieses Bunkern Wenn du dir zwei, drei Sets machst Wie zum Beispiel Gilly Gilly sind halt ein bisschen aufwendig Dann mache ich mir halt zwei, drei Bring mir die in eine Seemannskiste Oder in den Sack und vergrab die Und gut ist Ja Mehr brauche ich nicht Ich brauche auch keine Base Eine Base ist zum Raiden da Ja Und deswegen brauche ich keine Base Wenn einer von euch eine Base bauen möchte Bin ich gerne dabei Ja Kein Problem Unterstütze Und werde natürlich auch niemals Eine Base von Teammitgliedern raiden Das wollte ich niemals machen Am Ende Dass ich dann sage Ah da ist eine Base Da können wir hin Da können wir Zeug holen Ja Also es sind ja Teamnähts Ja Aber alle anderen Die so nicht in der Party sind Die sind für mich zum Abschluss freigegeben Es tut mir leid Also Wenn ich sehe Er ist Bambi oder hat nichts Dann überlege ich mir das halt Am Ende Aber Genau Genau Wenn er einfach in die andere Richtung geht Dann ist es okay Wie gesagt Ich habe eben immer die Augen hinten Weil ich bin schon oft genug von Frühspons herumgebracht worden Mit dem Steinwässer Habe ich vorgestern auch selber gemacht Oder gestern war das Ja also Gerade die Bambis Die sind gefährlich Hast du die Zugangsdaten hast du bekommen oder Ja ich bin schon so Okay Wir sind in der Nähe vom großen Airfield Falls du das was sagst Ja ich loote erstmal ein bisschen Dann komme ich zu euch Richtig Wir können uns ja dann auch irgendwie Weiß ich nicht Aber Hört sich am vernünftigsten an Ja Erstmal Equippen Joa Sollen wir dann noch hier warten Oder langsam los Wir gehen gleich los Ich bin gleich fertig mit Rauchen Ah ja du hast Wenn es okay ist Nee es ist nicht okay Du musst jetzt sofort herkommen Aber Spaß Wenn mich vielleicht jemand füttern könnte Und Mir was zu trinken geben könnte Wäre cool Weil ich weiß nicht was mit dem Charakter im Moment ist Ja ich habe einen Apfel Nein Bitte hier die geschulten Leute ranlassen Ich gebe eine Wasserflasche Und einmal Essen zurück Natürlich Derjenige der das übernimmt Ja ich habe hier ein gebratenes Lammfleisch Ziegensteak Musst du ihn in die Hand nehmen Dann gehst du zu mir dran Und fütterst mir das Aber bitte nur gebraten Ja also das ist braun Ja ja Schwarz Alter diese Erkältung ne Man sollte eigentlich nicht mehr rauchen Und nochmal erkältet ist Gut Ich krieg das Ziegenfleisch nicht mehr hoch Boah Hey Fleisch Komm her Drei Sekunden Regel Drei Sekunden Regel Ah Fick dich doch Jetzt end Nee Papier nehme ich mit Aber nicht das Fleisch Kriegt jemand von euch das Fleisch hoch? Doch hier Genau vor mir Echt nicht Bei mir Liegt hier ein Ziegensteak Verschickt Ja jetzt ist grad bei mir so stark rum Was ich wohl praktisch finde ist zu bauen ein Auto Und wem ist der Handfunker? War es ein Auto? Hm Ja Okay Also Bist du von dem der Handfunker ist? Hat niemand irgendwie einen Plan? Ansonsten Ja ich Ich hab jetzt da draußen nochmal alles durchgeguckt Eben da war nix Ich wäre dafür dass wir direkt zum Airfield ziehen Ja mach Alles klar ich mach jetzt die Tür auf Ein Korsak macht den Führer Warte wie früh ich nachladen? Dreieck Führer Ah Dreieck perfekt Es wird nicht rumgeschossen Einfach nur abziehen hier vom Militär Ja Auf geht's Rechte Seite zwei Parkbänke Oh mit der Baseballkeule Jetzt geht's los Ja Alter Typ Nein ich nicht Nein ich nicht Nein ich nicht Gut die Jungs sind gesteckt Ah dann lauf ich um die Nägel einfach Wo sind die Nägel? Gute Frage Wo sind die ganzen Nägelpäckchen? Hier Diese Packung hier 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 Ah ok Die schwarzen Achso hast du schon Ach ich bin bisschen wie bei The Walking Dead Einfach Negan nach Ja Negan hat ja keine Nägel Der hat ja Stachel drauf Ja stimmt Ja Stachel drauf Egal Besser als nichts Komm Jetzt nehm deine Baseballkeule und lass uns abziehen bitte Weil die Tür hier ist schließlich zu Und der ganze Stuff drin ist So Jungs Merkt euch ein bisschen die Cover von uns Wir gehen jetzt aufs Military Da könnten auch andere Spiele sein Ihr müsst drauf haben wie unsere Also wie wir aussehen Das Team Wir haben keine Armbinden Und selbst wenn wir Armbinden hätten Könnte ein Team auf uns stoßen Die die gleichen haben Dann gibts auch Probleme Soll ich nimm Ok Ja ja Einer hat einen Lightning nicht Was braucht jemand? Eine Baustellenleuchte? Nein 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 Brauch mal alles Also Baumodus im Moment gar nichts Wir spielen den ersten Tag auf dem Server Also soweit sind wir glaube ich noch nicht Ich hab' einen Kursack Ich hab' einen Kursack Den merke ich mir einfach so Wir sind die neue Bereicherung des Servers Weil das ist Ein Bändeteam hier Ich hoffe dass du dich da Ja gönn dir Ach siehste Was mit dem Fischernetz Ich hab' einen Tarnnetz Ich hab' einen Tarnnetz Gucken ob ich es jetzt sehe Oder mach du dir den Gillyhut einfach Ich wollt mir den Gillyhut machen Was will mir denn gleich Ich seh das Netz nämlich nicht Nur den Judesack Ach da bist du Hast du nicht mitgenommen? Hast du nicht mitgenommen? Ah da Sorry Ähm Jaja hab' ich gesehen Moment ich bin schon dabei Ich will das Netz jetzt in die Hand Ähm Netz da Jude Streifen So jetzt muss ich mal gucken Jude Streifen auf dem Boden Ähm Aber Handschuhe werden mal Netz genutzt Mann ist ja von Regen Wenn ihr mal Handschuhe findet Dann sagt mir Bescheid Ja ein bisschen Ja das ist auch ne ganz wichtige Sache Wenn wir im Team laufen Immer ein bisschen auseinander Wenn wir gerade abziehen Okay Aber Was tot Ich muss mal ein bisschen belastlos werden kurz Äh brauche ich diese Ne ich brauche die nicht Ach Baba fühlt sich schon ein kleines Stückchen wohler Dem Fluss entlang Also ich bin schon mal etwas getarnt Das finde ich gut Dafür dass wir jetzt aufs Airfield gehen Ich hab' den Gillyhut schon ja Ja drei Jude Streifen waren das jetzt die ich hatte Und ein Netz Das weiß ich gar nicht Ja einen hätte ich noch Einen Streifen schon fertig geschnitten Also man bräuchte noch ein Netz Und noch ein Jude Sack Und dann hätte man schon den nächsten Kopf Der Körper ist halt Äh krass Da brauchst du zehn von diesen Streifen Und ich glaube vier Netze Oder drei Aber ich glaube es waren vier Ja Für den richtig kompletten brauchst du vier Aber Stück für Stück Auf dem Server gibt es ja genug Stoff Wo seid ihr jetzt lang Rechts vor der Straße Und er läuft links vor der Straße Hey 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 Dieser Typ ey Den muss man aber auch im Auge behalten Aber hier ist kein Fluss Du sagst rechts Ah ja stimmt Rechts von der Straße Oh der Husten geht mir auf den Sack Ich brauch noch mal ne heiße Zitrone Meine Frau ist geflüchtet Ich bin ja immer noch so langsam Die ist zu ihrer Schwester gegangen Weil ich so laut bin Oh das ist seit langem war Dass Daisy immer wieder Spaß macht Ey echt Oh die kommt Ja das ist total asozial Bis zu abgeht Stundenlang rumläufst Findst einfach nix Außer Vollidioten Die du dir ins Gesicht schießen kannst Aber das war es dann auch schon Aber gut Ich habe mich auch nicht unbedingt gut angestellt Dass ausgerechnet du mir zugeguckt hast Wo ich die Scheiße da abgezogen habe Oh ne peinlich Aber es lief zu meinen Gunsten Also der hat sich noch schlechter angestellt als ich Von daher Alles gut So wer jetzt hier ohne Waffe rumläuft Ist jetzt selber schuld Also bitte Waffe in die Hand Wir laufen jetzt bitte nicht mehr hintereinander Das Team läuft jetzt gefächert Also sechs Meter Abstand nebeneinander laufen Am Ende Müscht jetzt hier keinen Gänsemarsch sehen Auf dem Airfield Das wäre echt übel Freut sich vielleicht noch einer Das passt schon Bleibt ihr da drüben Ein bisschen verteilt Sonst sind wir alle mit Eimer am Arsch Wir machen jetzt einfach hier so Gebiet für Gebiet Stück für Stück Ja Wenn einer lootet Sagt er Bescheid Dass wir uns nicht aus den Augen verlieren Aber schon wirklich auseinander jetzt Nicht alle auf einen Punkt Das brauche ich dir aber nicht erzählen Kennst dich auch aus Weißt du wie der Hasel läuft Aber Airfield ist immer schon ein bisschen kritisch Hinter jedem Fenster könnte ein Hackenschütze sitzen Könnte uns jetzt schon drauf haben Und jederzeit könnte einer von uns jetzt hier umfallen So einfach ist das mal Ja Drüben steht ein Zombie an der Tür Ja Also ich sehe zwei Zombies Seid ihr drüben auf der rechten Seite ja Ja Wir zwei sind auf der linken Seite Du bleibst hier denn jetzt bei mir Ich würde mit dem Kollegen jetzt erstmal hier in die erste Military reingehen Die da offen steht Wo der Zombie davor rumschleicht Oder die zwei besser gesagt Seht ihr Ah die sind schon am looten Gut Komm wir schleicht rein Bist du hinter mir Digger Wo bleibst denn du Ja ich bin da Neben dir Hey wo willst du denn hin Digger Ey Der hat schon wieder Zombies gepoolt Der hat dafür gesorgt Dass wir Ja Kannst du jetzt bitte zu mir hier rüber kommen Einfach Rush Ja du es ist die richtige Richtung Du hast mich doch bestimmt gerade gesehen oder Komm jetzt Run 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 Ab in die Bude da rein Rein rennen Sehr schön Da bleibst du jetzt da drinne Junge 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 Das ist eher irgendwie Zombies poolen muss Du kommst da erst raus wenn ich dir Bescheid sag Okay Und Und Du darfst schon schon mal in Ruhe luden Gibt nix Bring Kochsalzlösung was Ich hab Kochsalzlösung Also hier ich bin Äh nicht nur Ich bin im Krankenhaus Ich bin nicht bei euch Also noch nicht Nee ich bin nicht bei euch Ich bin Ja Hier sind Türen abgeschlossen Passt mal jetzt bitte auf Das Team bitte gleich zusammenziehen Abgeschlossene Tür hier drüben bei der Baracke Warum Weil der Server Restart erst vor kurzem war Das heißt eventuell ist wirklich niemand hier aktiv Dann ist es doch besser wenn wir zusammen sind Und der Kollege hat übel Zombie Alarm gemacht Also wir sind präsent hier drüben Ich versuche gleich zu euch rüber zu kommen weil Uns hat eventuell schon einer drauf Hast du alles abgelootet? Hm Ich hab deinen Namen vergessen Daisy Mensch Der hat seit gestern erst spielt Hast du alles abgelootet? Alles abgelootet Oh jetzt muss ich echt noch gucken wie er heißt oder was Keine Reaktion Ja Nacken Ja Hast du alles abgelootet? Alles abgelootet Mhm Dann kannst du jetzt vorsichtig rausgehen Die Zombies hab ich gepoolt Die sind auf mich fixiert Und du suchst jetzt Anschluss zu den anderen Zweien Okay Die sind rechts gell? Ja Wenn du jetzt raus gehst bitte Vorsicht Weil hier draußen rennen wie gesagt Zombies rum Bist du auf dem Weg zu den Zweien? Ne du hast doch nicht mal den Schuppen verlassen oder? Jetzt komm ich Soll ich schleichen oder raus? Du schleichst jetzt raus Wenn du raus gehst bitte Linke Seite Linke Seite Ja genau Ja genau Ich hab dich drauf Am besten hinter der Mauer und dann rüber zu den zwei Jungs Du weißt ja auf welche Seite die sind Ich zieh dann nach Weil ich hab die Zombies alle an der Backe Dank dir Bitteschön Ja 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 warte nur Alter Pussy du ey Das musst du noch lernen Wir sind jetzt hier wieder auf dem Militär Du hast gleich am Anfang den gleichen Fehler wieder gemacht Es sind überall Zombies gell? Schleichen dicker Schleichen Ja ich bin ja nicht blöd Und immer drauf achten wie der Zombie zu dir steht Wenn er mit dem Rücken zu dir steht Kannst du zwei Meter hinter ihm lang schleichen Wenn er dich anguckt Dann solltest du wenigstens sechs sieben Meter Abstand haben Oder auch mehr Wie ich grad feststellen muss Zombies sind auch überall eingesperrt hier in den Baranen Die sind halt alle in dem Waldstück Na ja mich trifft hier so schnell keiner Wie ich hier rumrun Das gibt's ja gar nicht Ich hab gleich die Schnauze voll Gleich mach ich Magazin leer Glaubst du ich krieg die Viecher los Ich krieg die nicht mehr von der Locke Ich bin ja echt schon geschult Was die Viecher angeht Aber Ich muss erst mal ne Runde schillen In welchem Haus seid ihr denn? Kasan Ich hab was für dich Taktischer Helm Ich nehm den mit Wie hast du schon Du Gauner Du Elender Dann ist es meiner HbH Das nächste Also wenn jemand ein Nachtsichtgerät übrig hat Ich suche sowas Ja krieg mal Der Kasan hat schon Ich glaub ich muss meine Klamotten noch mal jetzt ganz machen Hat jemand von euch grad ne Tür zugemacht Oder aufgemacht Oha Hab ich jetzt hier Besuch oder was? Bitte mal kurz Ruhe Ne Alles gut Türen sind zu Ich hab trotzdem ne Tür gehört Ich bin doch nicht doof Passt ein bisschen auf bitte Irgendwas stimmt hier nicht Weil hier sind auch Türen abgeschlossen Wo seid ihr denn? Wo bist du? Ich bin genau in dem ersten Haus gegenüber von der Baracke Wo ich drin war Du solltest doch rüber rennen zu den Jungs auf die Seite Ja da waren überall Zombies Ich hab versucht dadurch zu schleichen Aber es hat nicht funktioniert Die haben sich alle zu mir umgedreht Wer ich? Ich seh jetzt nur folgendes Problem Wenn du jetzt nicht irgendwie schaffst Dich mit den Jungs abzusprechen Und dich mit denen zu treffen Gibt's höchstwahrscheinlich gleich einen Teamunfall Weil wir uns ja gegenseitig abschießen Aber dann lach ich euch aus Das sag ich euch Hier ist ne Gasmaske Hat jemand was von ne Gasmaske? Ja 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 Setz sie am besten noch auf Ja Dann weiß ich wenigstens wie du aussiehst Dann weiß ich wenigstens ins Gesicht schießen muss Ja wo seid denn ihr zwei? Es gibt's nicht Ich krieg die Zombies nicht los Mensch und Kinder Aber Die looten schön Und ich hab wieder die Kackkarte getrogen hier Komm rein du Scheißpie Du elendes Haha So Ich bin frei Haha Äh ne ist er nicht Jetzt kommt da einer mit nem dicken Rucksack Den will ich haben Warte mal Da kümmern wir uns jetzt drum Den holen wir uns jetzt Scheißegal wie Den Rucksack brauch ich Oh ich blude Ist aber wie schön Ist aber wie schön So Wo ist mein Messer? Sag mal kurz leise Ich hör Schritte Ich bin im ersten Stock Also unkrieg Ich hab nen großen Rucksack Ich glaub ihr es hält gegenüber vom Haus Eigentlich müssten wir alle denselben Helm oder Bandana haben irgendwas Wo man noch sieht Ah warte bleibt Ey Ah ok ok gut Ja Ja Ich soll ich zu dir rüber kommen Ich komm halt zu dir rüber Ich komm mal zu dir rüber Ich komm mal zu dir rüber Ja ich komm mal zu dir rüber Ich habe ein Walkie-Talkie. Wir hatten noch alles ein Walkie-Talkie. So, Zwecksfunk. Kann jemand mir erklären, wie ich dir den Nachrichtenkanal einstellen kann? 87,8. Ach dann, das ist so lange durchtasten, bis der Kanal ist. Ja, immer kurz drücken und dann wechselt der Kanal. Okay, cool. Zusatztasche für meine Weste. Jetzt brauche ich nur noch... Warte mal, was war das jetzt, was ich für die Weste noch brauche? Falls niemand findet eine Messerscheide, wäre das cool. Ach du, was du alles brauchst. Übertreib doch nicht. Brauchst du ein rosa Röckchen? Hier ist eins. Ich bring dir mit. Ich habe ein Kampfzielvisier. Oh, jetzt kommt's. Bist du jetzt gefährlich? Was? Ob du jetzt gefährlich bist mit diesem Kampfvisieren? Ja. Okay, gut. Ich habe 10% mehr EIN. Wie der Kampfvorstiel. 10% mehr. Dann habe ich jetzt 10% EIN. Braucht niemand noch vernünftige Handschuhe, diese taktischen? Ja, ich... Dann... Okay, alle eigentlich. Gut, dann nehme ich auf jeden Fall mal mit hier. Ja, ich... Kampfmesser? Kampfmesser? Braucht das niemand? Sowas? Nee. Okay. Okay. Ach Gott. Also ihr wisst ja, ich habe einen Gillyhut, ne? Und ich habe jetzt hier diesen riesengroßen Kamelrucksack auf dem Rücken. Also... Wisst ihr Bescheid? Bescheid. 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 Echt? Eigentlich nix. Auf meiner Seite nix? Auf meiner Seite nix. Okay. Plop. Schalldämpfer. Eventuell. Oh, das war Überschallknall. Schalldämpfer. Warum? Warum? Das stimmt. Das kannst du dir sparen. Ich muss mir unbedingt die Baracke angucken, die da zugeschlossen ist. Weil ich vermute, da haben die irgendwie... vielleicht nen Fight hatten. Und da ist noch Rest. Rest. Das war nur ne Vermutung. Boah. Was mach ich denn? Das... hat nix zu heißen. Scheiße. Da lag ein gutes Magazin drinnen. Komm doch mal raus, du Bob. Dann bleib da drinnen. Du Arschloch. Ja, ja. Warte mal. Schwanzloser. Du Ehren. Ich mach dich kaputt. So. Braucht noch niemand diese kleine Zusatztasche für die Weste? Hat das noch niemand von euch die Weste? Sturmweste. Ja, ja. Wer denn? Wer braucht das? Oder die Taschen hier für die... Plattenweste. Ne, du hast Plattenweste. Ne. Ich hab die Sturmweste. Ne. Ich hab die Sturmweste. Okay, gut. Ich hab diese Section. Ich nehm's mit. Müssen wir uns dann irgendwann mal treffen. Weil jetzt hab ich nur Zeug für euch eingesteckt. So, ich guck mir jetzt mal die Baracke an, die da drüben zugeschlossen ist. Vielleicht krieg ich da was Gutes. Ich vermute da war ein Fight. Und da ist noch Restposten drin. Deswegen haben die zugeschlossen. Nur ne Vermutung. Wenn jetzt da drinnen ein Bob steht. Und direkt direkt ne Kugel. Hier wird nicht verhandelt. Jetzt kommt die andere. Was? Hören Sie die Tür jetzt zu? Was ist denn hier nur verkehrt? War das die falsche? Ich glaub ich bin an der falschen Baracke. Ja. Seid ihr immer noch im Haus? Laus? Ja. 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 Wir haben jetzt ein bisschen Sturmhoffsack. Wo seid ihr? Seid ihr immer noch in dem Haus? Wir sind schon ein weiter. Ah, toll. Seid ihr in dem braunen, also in dem Ziegelsteinhaus? So, jetzt muss ich mal Anschluss an die Gruppe finden. Keine Ahnung, wo die Jungs da rummachen. Sicher, dass man die Baracken nicht kontrollieren sollte? Ganz sicher. Ich würde einfach nur mal reingucken. Ich frage nur mal, weil ich hier nämlich unwahrscheinlich viel Munition finde und Granaten und allen Scheiß. Also ich komme mir gerade verarscht vor. Die ganzen Betten hier bei mir in der Baracke sind voll. Dann wart ihr vielleicht ein bisschen zu schnell. Und seid durchgerannt. Hier ist eine SK 5966. Munition, Zusatzteile für die M4. Und hast du nicht gesehen. Jedes Zimmer ist voll. Läuft bei euch. Bleibt mal ihr, wo ihr seid. Ich mach mal hier mein Ding. Es läuft, ne? Haha, alles meins. Braucht jemand die SK? Gut. Ja, du hast schon. Ich habe in die Runde gefragt. Ich denke, dass ich sie mitnehmen könnte. Ich nehme sie jetzt einfach mal mit. Aber ich könnte die Jugo gleich wohl abnehmen. Wenn du sie nicht brauchen. Ja, wäre auf jeden Fall gut, weil ich bin voll. Gut. Gut, das war der obere Teil der Baracke. Jetzt gehen wir mal in den unteren Teil. Vielleicht finde ich da eine M4. Dann lache ich die Jungs aus, wenn ich jetzt hier eine M4 finde. Und. Fernblas, gut. Also, wie man sieht, auch im unteren Bereich bloppt Zeug auf. Ich glaube, man muss sich hier ein bisschen Zeit lassen. Was den Loot angeht. Jedes Zimmer ist voll. Hier. Zusatzteil für die AK. Kann ich die benutzen? Nur einmal in K1 Munition. Ah, den Schaft habe ich schon. Schaft habe ich schon. Ist ja auch geklaut die Waffe. Habe ich schon von den Spielern geschenkt bekommen. Von mir hier drinnen. Taktischer Helm. Unfreiwillig. Hat er sie mir geschenkt. Hehehehe. Ja, das gefällt mir. Also, wenn es in jeder Barack so abgeht. Müsste Papa gleich eine M4 finden. Hier hat jemand im Haus Zombies versteckt. Und ich brauche was zu trinken. Zombies versteckt? Ja, oder halt eingesperrt. Eingesperrt. Ich habe überall Zombies eingesperrt. Kann sein, dass ihr jetzt in dem Bereich seid, wo ich war. Ja, kann sein. Und ich brauche trinken. Ich denke, bei dir wäre es ganz schlau, dass du jetzt einfach einen Anschluss hältst bei den zwei Jungs. Und den zwei Jungs nicht mehr von der Pelle gehst, damit du nicht das dann einen Leingang machst. Und trinken können wir dir alle helfen. Also, das ist nicht das Problem. Essen und trinken, wenn jemand was braucht, helfen wir uns untereinander. Ja, ich muss den Zombie kurz killen und dann komme ich direkt zu euch. Ich weiß, wo ihr seid. Ja, und dann bleibst du auch bei den Jungs. Ja. Wenn du hier drauf gehst, ich halte nicht nochmal eine Stunde Stellung und bewache irgendeinen Loot. Nee, nee, das passt schon. Das ist dann die Strafe, dass du draus lernst. Nee, nee, das passt. Gut, dass wir drüber geredet haben. Nein. Damaskenmensch. Das ist gut, dass ich schon Sturm geschimpfen habe. Das ist gut, dass ich schon Sturm geschimpfen habe. Ja, im Gürtel. Ja, im Gürtel. Geil. Machen wir mal schnell ganz. Mahlzeit. Also ich war jetzt in der zweiten Baracke. Die war eher nüchtern. Da waren auch schon Türen offen. Ich denke, da wart ihr schon. Aber ihr hättet niemals eine Konservendose liegen lassen. Ja, hier ist zum Beispiel eine Fooddose. Ich denke, das dauert einen Moment, bis der ganze Loot auffloppt. Wenn du hier durchwaschst, dann kriegst du null. Gut, aber erstmal was essen. Und was trinken. Dann kann man die Pixel mitnehmen. Dann kann man die Pixel mitnehmen. Dann kann man die Pixel mitnehmen. Boah, eh. Dann darf ich nicht weglaufen. Gut. keine ahnung wo ihr seid ehrlich gesagt ja hallo geht's noch ja das hat ich weiß doch nicht wo das jetzt hier ist so war das gemeint ich bin jetzt immer noch bei den Baracken unterwegs da wo die ganzen vielen Baracken sind und kommen dann gleich irgendwie ja wie gesagt ich bin der Meinung dass niemand hier unterwegs ist oder hat der Kollege den da oben umgebracht am essen hapert es auch langsam ich werde ich werde hier glaube ich jetzt gleich irgendwie auch Anschluss ans Team bekommen und dann kannst du essen und trinken haben und auch die Waffe jawohl jawohl K.A.s 74 von wegen die Baracken lohnt sich nicht ihr seid so Pussys ey die Baracke die ihr nicht aufgemacht habt da liegt die Waffe drinnen guckt bitte überall rein AK 74 einer muss zu mir kommen ja ich sag doch es dauert ein bisschen länger ich habe den ganzen Staff für euch jetzt hier wenn das Kreuz gelb wird muss ich mich hier ja ich muss jetzt mal die weil die AK werde ich jetzt glaube ich nehmen umgibt dafür die andere ab die ich jetzt mit mir rumgetragen habe weil ich glaube da geht ein Visier drauf ich hoffe es jawohl geile Nummer neue Waffe für Papa ausrüsten das ist nur mal gucken aber jetzt wird's lustig jetzt wird's lustig aber es wird Visier ich bräuchte noch ein Visier vielleicht hat einer von euch ein Visier sehr schön so ich muss jetzt hier die Stellung halten weil ich einfach zu viel Zeug mitgenommen habe für euch und die Waffe die eine für den Kollegen die habe ich jetzt hier auf den Boden geschmissen er fehlt jetzt in der Mitte ne ich schieße jetzt einmal in die Luft dass ihr hört wo ich bin ich wollte mal wissen wie ihr reagiert was ist Handelszone das ist die Handelszone da waren ein paar Leute die hatten die Idee eine Handelszone doch einzurichten wo halt kein PvP gemacht wird sondern einfach gehandelt wird das Ende vom Lied war die haben die Handelszone eingerichtet vermute ich mal ich habe ein rotes Kreuz Alter habt ihr den bei euch Blutest du oder bist du krank oder bist du krank oder was weiß ich nicht der verhungert 100% oder verdorstet ja jetzt blut ich ey kümmert euch jetzt mal um den er spielt erst seit gestern ist gerade alarm der Kollege verblutet ich habe Blutung gestoppt erst mal oh oh ich glaube ich gehe gleich hin um ihr seid glaube ich direkt eine Baracke neben mir ja ja neben mir da in der Baracke da unten sehe ich wie die Türen aufgehen ja ja da wo die Zombies stehen ich bin direkt neben euch gut das Team zieht gleich zu mir ich sehe nichts gar nichts ja ja ich gehe jetzt oben rein mach die Tür zu und warte erstmal auf euch ja Durst und Hunger also Durst ist rot mein Kreuz ist rot und blinkt da muss er liegen bleiben und Hunger habe ich gelb füttert den, gebt den trinken einer bleibt bei ihm und der andere Kollege der Kursak kann dann mal vorsichtig rüberkommen ja trinken ich brauche ich und pass auf die Zombies auf ich bin tot naja Leute ist nicht schlimm gut da kannst du auch rüberkommen ich gucke dass ich mich zum R-Field hochschlag oder so in die Richtung ja wir sammeln uns auch wieder wir sind ja mehr oder weniger ein Team wir wählen jetzt hier nicht einen alleine ich bin nur auch gerade auf dem Weg denke ich da wollte ich gerade nachfragen wo du da ungefähr bist Moment hier ich habe alles abgelegt das sind die Handschuhe auch und da ist hier Zusatztasche nimm dir die AKS bitte die andere habe ich mir natürlich jetzt genommen die AKS nicht siehst du die komm mal bitte rein oben siehst du beide Waffen okay dann höchstwahrscheinlich ich muss V-Log warte dann nehme ich sie kurz auf sonst ist sie nämlich weg das hatte ich schon mal seht ihr die Handschuhe und den ganzen anderen Rest die Zusatztasche die Handschuhe den Helm okay muss ich alles nehmen Handschuhe nehmen und Zusatztasche gut ich muss kurz V-Loggen ja die ist ja präsent die sieht man ja die kann ich nur liegen lassen aber die Sachen die nicht sehen wenn ich jetzt V-Log und komme wieder rein dann sind die weg ich habe das schon mal gehabt da ist die Waffe weggeglitscht oder egal was was du da auf den Boden gelegt hast das ist dann für immer weg guck mal wie lange der jetzt schon gebabbelt hat dass er was zu trinken braucht dass er Hunger hat ich denke das war echt schon der ist auch verdorstet das war jetzt nicht nur solchen Zombies das war zu viel mit Eimer das ist Daisy das spielt ja auch am Anfang echt nicht einfach richtig da muss man sich echt Stück für Stück rantasten aber das kriegt er auch noch raus ich also meine ersten zwei Tage Daisy das war zwar auch bei der PC-Version aber ich denke ich bin nicht so weit gekommen wie er also von daher er stellt sich jetzt nicht unbedingt doof an da habe ich schon ganz andere Leute gehabt wie hieß der eine Typ den wir da das eine mal hatten ach nee glaube ich glaube das war doch hier in dem Game oder Cossack Eugen 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 und dann war da noch mal irgendwann ein anderer oder der auch so irgendwie so zurückgeblieben war irgendwie hatte man das Gefühl der war wie besoffen ich habe mich totgelacht vor dem ey ich habe mich so eingepisst aber ne und der hat noch mitgelacht ne das war total krass ich meine wenn man über seine eigene Scheiße lachen kann oder über seine eigene Blödheit dann weiß ich nicht ist es vielleicht schon zu spät das ist aber bei dem nicht angekommen das war ja das krasse deswegen ich habe wirklich ein Lachfleisch gehabt den einen Abend durch den Typ der hat sich angestellt gut jetzt möchte ich 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 warte bis du wieder da bist und dann lege ich die Waffe noch mal dann werden die Server nicht immer mit meinem Loot geringens resettet ja eigentlich nur mit den Updates aber der Loot der ploppt immer wieder randomäßig auf sobald wie halt ja du hast ein 30er Magazin durchgeschossen und an einer anderen Stelle ploppt in dem Moment auf dem Server ein 30er Magazin auf so musst du dir das vorstellen also der Loot spawnt immer aber nur nicht halt auf den offiziellen Surfern weil die Idioten ja alles gedubed haben unter die Erde gebracht haben das ist ja das Problem bei den offiziellen da findest du echt fast gar nichts mehr ne da musst du wirklich da musst du in den Wald ziehen und musst wirklich Camps ausheben am Ende also ja meistens sind da nicht mehr Camps ja die sind meistens dann schon genau da brauchst du eine Schaufel mitnehmen und alles ausgraben der Cossack und ich wir haben da genug hinter uns also was wir an Camps ausgehoben haben und Zeug ausgegraben haben äh übel ja ich schwör dir Kisten ja eine komplette Seemannskiste 150 Itemplätze äh aufschließen nein das ist alles nur mit Judesäcken voll gewesen eine komplette Kiste aber naja dann die nächste Kiste nur mit Netzen und 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 also krank ja sieht man die Waffe jetzt nein ok gut dann sieht man die Zusatztasche jetzt und sieht man die Handschuhe jetzt Jutebeutel Jutebeutel mitnehmen und mit Messer zu Jute Streifen zu schneiden ok wenn du davon zwei Stück hast und findest noch so ein Nettingmaterial sieht aus wie ein Fischernetz so ein kleines weißes kannst du dir ein Giddyhut basteln was bringt der? Tarnung achso ja ich hab ein Tarnennetz dabei ja das kannst du dir aber nicht überhängen versuch mal das Tarnhetz überzuhängen äh ich hab mir das über den Kopf gehangen oh hab ich nicht mal mehr ach ne das war von einem anderen so kann ich jetzt fragen mal ganz höflich und nett wer die ähm das Visier für mich hatte und die Handschuhe kann doch der andere Kollege jetzt nehmen sind zwar nur Gummihandschuhe ist es aber schon mal besser als nichts oder nicht ich hasse diese Städte ich hasse es wenn man das reinziehen muss gut Papa hat Waffe wo man durchgucken kann mit so einem komischen Loch oh hier das ist Kim und Korn wie kann ich das jetzt umstellen achso so hier guck mal so und jetzt können wir den in den Kopf schießen der hat ein Neid zwischen das können wir uns dann klauen saubere Sache Papa ist glücklich so Jungs hast du die Handschuhe genommen? gut dann würde ich sagen braucht von euch noch niemand Essen trinken ich kann mal gucken äh hier ich leg dir ein Magazin raus dann hast du deine zwei Magazine dann ist es fair dann habe ich zwei und du hast zwei das ist nicht ganz voll ich gebe dir noch Munition für hier acht Schuss und sechs Schuss dann müsste es voll sein ist ja nur ein 20er glaube ich oder sind das 30er ne das sind 30er warte dann lege ich dir hier noch hier ist auch noch dann kannst du das Haus komplett voll und den Rest kannst du behalten ich habe noch 14 Schuss das passt hier gibt es DAF Leute auf diesem Sofa gibt es DAF guckt es euch an hier Commander Helmchen alle beide schon ne aber der eine hat noch kein Night Vision ich auch noch nicht zwei Waffen im Game so jetzt macht mal Ansage wollen wir die Bungeranlagen machen da sind wir sehr präsent sehr offen aber da könnte man Night Vision bekommen ne natürlich mir nach ja Quatsch falsche Richtung hier enttäuschen wir es mal so dann mache ich mal die Bude auf ich habe nicht alles zugeschlossen sicherheitshalbe so ist er halt das Sicherheit geht vor oh mein Gott wo bin ich jetzt okay Augen aufhalten im Straßenverkehr rechts vor links Jungs wisst er ne wir gehen durch die Baracke wir poolen keine Zombies jetzt das macht uns nur wieder präsent das ist schon meine Aufgabe ja du musst es auch von der Seite sehen du musst nicht mal rumschießen aber wenn da Zombies auf einmal ganz hektisch rumlaufen und machen und tun das das sagt mir da ist ein Spieler und wenn ich ein Jäger bin dann mache ich mich auf den Weg um den zu kaschen so einfach ist das mal so einfach ist das mal ja das ist schon richtig so auf dem Moment noch scheiße finde es dass es keine Map gibt ja Jungs klamotten technisch hier ist noch ne Kampfjacke und noch irgendwas und ein blauer Helm wo ist denn eigentlich der andere jetzt Korsak das war doch der andere Kollege ist schon ziemlich weit ins Landinnere hoch der hat sich hier alleine jetzt hochgeboxt wenn ich das vorhin richtig verstanden habe ist der schon in der Nähe hier vom großen Airfield mach mal die Baracke habt ihr schon gut kuschel nochmal durch kannst du auch durch die Fenster gucken das reicht ja schon ach ne geht nicht doch geht da ist nichts drin vergiss es so jetzt gehe ich aber wirklich hier auf Kampfstellung jetzt klebt die Nase am Monitor soll ich lieber in die Mitte gehen oder soll ich nach links oder außerhalb was meinst du jetzt beim Airfield ja einfach allgemein soll ich lieber außerhalb oder wir sind mittendrin ok weil wir wir equipen uns ja also wir müssen ja rein ihr kennt euch doch ein bisschen aus mit der Map oder ja ähm ich bin in so einer Stadt ich hab jetzt Schild nicht gesehen weil ich schon Richtung äh das Schild ist immer wichtiger das ist das wichtigste ich weiß wenn du jetzt anfängst da ist ein großer Container und daneben steht ein grün-weißes Haus dann sag ich dir gleich ich bin hier an der Stelle da steht ein Baum und daneben ist ein Busch so einfach ist das Digger weißt du was ich meine aber die Städte sind doch unterschiedlich oder nein ey Digger die Städte sind zwar unterschiedlich aber ähm die Gebäude sind immer wieder gleich äh äh laufend und also ne das funktioniert nicht wenn du jetzt sagst du bist in einer großen Stadt wo ein Kragen ist ja und das in Küstennähe dann kann ich dir sagen du bist bei Czerno ja aber alles andere ist schwierig ist schwierig also es muss schon irgendwas sein was ich erkennen ja das würde ich oder ein Straßenschild wäre am besten Straßenschild ja okay aber ich würde es ja nicht mehr ja warte kurz oh äh Zusatzteil und Munition Kasa äh ne nicht Korsak Korsak meine ich warte mal ich versuche es mal bei mir selber bei meiner Waffe ne geht nicht hier ist ein Zusatzteil guck mal ob du das dran kriegst das ist glaube ich der Lauf für deine AK ne das ist nur ein Handschuld dann kriegst du doch noch dran oder nicht oder ist das was ach so okay nur ein Handschuld gut da ist nix nirg ist ja gut da war ne Mütze drinnen meck meck hier liegt ein Pullover braucht niemand ich hab noch Strümpfe dabei macht ihr bitte den Bunker zu meiner rechten Seite und ich hole mir hier in dem das Neidwischen hier sind auf jeden Fall noch Stiefel drinnen in dem Bunker bei mir falls niemand noch Stiefel braucht aber ich glaub hat schon jemand Stiefel oder hier sind ordentliche Handschuhe noch der Kollege mit den Gummihandschuhen einmal zu mir bitte wie geh ich mit der Situation um wenn ich Hochhäuser vor mir hab ich schieß kurz in die Luft das weiß wo du bist Hochhäuser sind ich bin so viel ich will den Jungs ein bisschen ärgern ne ah ok Tag also Stiefel braucht keiner mehr gut du kommst schon nochmal mit Schuhe haben mein Freund lohnt es sich überhaupt jetzt die großen Städte durch die Forsten oder die kleinen Häuser die kleinen Häuser guck mal du bist frischsporn für dich ist es wichtig essen trinken Messer eventuell Nähset oder irgend sowas in der Richtung alles was überleben technisch was du brauchst ums ins Landinnere vorzustoßen ja also du wirst jetzt nein danke hab ich schon nein hab ich auch schon ich brauch nur noch ne Messerscheide das bringt Chlor-Tabletten das wollte ich mir fragen gar nix nur Vitamintabletten im Moment alle anderen Tabletten kannst du liegen lassen hab ich mir sagen lassen von jemanden der sich ein bisschen auskennt ok also das heißt wenn wir Glück haben kommt das dann mit dem nächsten Update dass die funktionieren dann die Tabletten im Moment nur Vitamintabletten alle anderen Tabletten funktionieren nicht Wasser reinigen ja haha oh scheiße oh scheiße war doch schon drin Pistolenbrille was Pistolenbrille wirklich Pistolenbrille ach nee da liegt ne Brille und noch ein Pistolenteil alter hier ist es los ich hab ne schön ey das stand in einem Namen Pistolen und dann Brille übereinander ich hätte ein Streamshot machen sollen das glauben die mir jetzt wieder nicht diese kleinen Pisse spiel doch alleine ey guck mal ich hab ne geile Sonnenbrille oder guck mal hier Fliegerbrille in violett oh als ob der damit klarkommt der kann eh kein Kompass lösen als ob ich sowas brauche ja klar gut weiter geht's ey alter hau ab ey was der mir immer am Arsch klebt ne ich kann mir meine Globusterbären auch alleine rausknubeln brauche ich dich nicht zu machst du links Bunkeranlage 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 ok top ich mach rechts ich mach rechts hör mal hier 45er ACP braucht niemand ne ne hab ich mir gedacht ich muss sie trotzdem mal dumm fragen braucht ihr mal ne Gasmaske ne ich ich dacht jetzt schreibt wirklich einer ich sooo ich nehm den rechten Bunker ist kürzer da weg für mich zumindest ich glaub solange unser Spezi nicht in der Nähe ist sind wir nicht unbedingt angewiesen auf irgendwelche Armbinden die mir sagen das ist mein Teammitglied ich nehme mal das PSO noch mit ja ja braucht ja vielleicht dann noch niemand du hast mir netterweise deines gegeben ich mein so Armbinden oder gleiche Binder hin das wären ja schon gar nicht so schlecht Fackel nur ne Leuchtfackel das war es hier ist wieder ne Zusatz Tasche Plattenweste K-Arm-Magazin nehme ich jetzt einfach mit. Ein bisschen Munition, also was Magazin angeht, nehme ich schon mit, falls wir die dazugehörige Waffe gleich finden. Ich renne nämlich nicht zurück, das kannst du vergessen. Hauptduchstricher. Nein, Night Vision. Universal-Taschenlampe. Scheiße. Gibt es im Wald gefährliche Tiere? Na dann. Ja, Wölfe. Und mit dem nächsten Update gibt es Beeren. Also keine Brombeeren. Sondern Grizzly-Bären. Brombeeren, ey. Gummibären. Brombeeren. Ah, Grizzly, echt Grizzlybären? Ja. Bären. Bären. Hat jemand drüben die Bunkeranlage gemacht? Schon? Schon. Äh, äh. Äh, äh. Ah ja, du bist grad dran. Gut, sind wir durch. Sind zwar noch drei Bunkeranlagen auf der anderen Seite dann, aber hier sind wir jetzt mit den Bunkern durch komplett. Nachmittag. 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 Was? Nee, oder? Nee, oder? Du Gauner. Gauner. Wer, wer hat sich das jetzt gekrallt hier? Also der andere Otto. Der wisst nicht mal, wie es angeht. Brauchst du das wirklich? Es wird nämlich dunkel. Es wird dunkel. Weißt du, alle haben so ein Nightwishen. Nur Papa muss wieder ohne rumlaufen. Das ist doch so unfair. Ich könnte gerade heulen. Hat er ja wirklich ein Nightwishen, ey. Ich werde verrückt. Ja. Und du hast einen Zombie am Arsch. Ja, doch, doch, doch. Warte, warte, komm. Okay, okay. Alles okay? Oder blutest du? Gut, ihr zwei habt Nightwishen, ich nicht. Scheiße. Und das war jetzt auch in diesen kleinen Kämmerchen, ja? Im Bunker. Ja, ja. Ja, das Problem ist, wir müssen jetzt komplett auf die andere Seite vom Airfield. Da sind noch mal ein paar Bunkeranlagen. Hier ist jetzt nichts mehr mit Bunkeranlagen. Wir sind jetzt gleich beim Tower. Wie lange ist denn Nacht? Wie viele? Boah, das ist doch so lange. Das Problem ist, bei dem Server, im Moment stürzt es mich jetzt nicht so schlimm, ist der erste Tag, aber auf die Dauer werde ich Rücksprache machen mit den Admins. Du wirst gleich sehen, wie schnell es jetzt dunkel wird. Und genau so ist, wenn die Sonne aufgeht. Also du hast nur ganz, ganz kurze Dämmerungszeit, aber nur hier auf dem Server. Und das ist eigentlich die Zeit, wo ich am liebsten unterwegs bin. Weil hier geht jetzt gleich ganz schnell das Licht aus. Normalerweise dauert das sehr lange. Aber dafür hast du hier halt nur dreiviertel Stunde Nacht und ungefähr und keine drei Stunden. Nimm wie dein erster Tag auf? Tag ist, äh, weiß ich nicht, wie lange haben wir denn jetzt gespielt hier? Sechs Stunden? Also wir haben ja echt gut eingestellt den Server. Kann man sich glaube ich nicht beklagen. Jungs, ich hab übel Zombies am Arsch und geh dann mal in die eine Baracke rein. Also dann vielleicht einfach ignorieren, diese ganze Brut. Oh, der eine ist direkt reingesprungen, gut, ich hab ihn eingesperrt. So ein Spock, ey. Schamte an mir vorbei, ja mein Gott. So, hier zack, Tür zufeierend. Und ich blute. Sehr schön. Ey, wann kommt eigentlich die Karte raus, wisst ihr denn? Was für ne Karte? Gibt keine Karte bei Desi. Boah, per C. Die hab ich. Ach, das dauert. Alter, mach dich mal locker. Das ist alles nur Sachen, die geplant sind. Bis die dann ins Update reinkommen, das dauert. Die haben noch so viel vor. Trommelmagazine und, und, und. Das muss Stück für Stück abgearbeitet werden. Wird ja echt mega schnell dunkel. Die PC-Version ist ja schon ein bisschen weiter. Ah, okay, stimmt auch wieder, ne? Ja. Ich mach mich locker. Ich genieße das Ganze nochmal jetzt, die Entwicklungszeit. Keine Batterien, fuck. Boah, das wird echt hammerschnell dunkel. Hm. Hm. Ah, Erdbeermarmelade. Das ist unfair, die zwei Kloppis. Das ist... Ähm, das hab ich jetzt nicht wirklich gesagt. Die laufen jetzt hier mit Nachts nicht rum. Und ich seh kaum noch was. Ah, ne Scheiße, ey. Mir geht's nicht anders. Ich hab nur ein Leuchttag. Ja, die haben ja nichts zu verlieren. Die haben ja nur ein Butterbrotmesser dabei, ja, Mann. Ja. Aber Papa hat was zu verlieren. Muss jetzt hier im Blinden rumtanzen. Wo seid denn ihr? Hm. Ja, danke. Weiß ich doch nicht, wo der ist. Ich seh doch nichts mehr. Ich bin bei diesen runden, komischen Dingern. Diese Bunker, die aussehen wie Bunker. Diese Wasseranlagen, die Wasserspeicher. Wart ihr da schon? Wart ihr da schon? Nee. Okay, dann bin ich vor euch. Dann trinke ich was mal in Ruhe, was. Ja, in Ruhe was. Ja, wie in den Baracken. Wollen wir in die ECT Tower rein? Oder wart ihr schon drinne? Dann gehe ich jetzt rein, auf jeden Fall. Bitte nicht erschrecken, weil ich komme aus der anderen Richtung gelaufen. Ich bin schon am ECT vorbei gewesen. Weil es so dunkel ist. Oh, ich habe einen YouTube-Beutel hinten. Was hast du? Einen YouTube-Beutel. Ach, einen YouTube-Beutel. Ich habe YouTube verstanden. Ich denke, was will er denn jetzt? Ah, den habe ich da eingesperrt. Das ist nur einer. Ich lasse mir den Shotgun da. Oh Gott. Was liegt da? Das, was ich habe. Ach, ich bin hinter dir. Ach, schade. Irgendwie ist das nicht... Das ist nicht der ECT Tower, wo wir hier sind. Doch, hier. Wo hier? Ja, ich habe kein Neidwicht. Ah, okay. Hier ist der Rapper. Guck du mal ein bisschen wegen Loot. Ich sehe jetzt hier nicht alles. Mach das. Jo. Hier war auch nix. Na gut, dann. Ich mein... Hier hab ich aber auch ehrlich gesagt noch nie so richtig was gefunden. Braucht jemand von euren Entfernungsmesser? Nee, nicht wirklich. So, ich bin jetzt wieder unten. Wo seid ihr? Oben. Hast du ein Magazin? Muss jetzt noch mal? Das war mal. Jetzt nicht schuldiger noch. So, ich bin dann. So, ich bin dann kaputt. So, ich bin dann fertig. Warum sind die Zombies auch aggro? Kriegt ihr das mit? Ich bin die ganze Zeit ruhig gewesen jetzt. Das kann doch nicht sein. Die Zombies waren zwischendurch auch ruhig. Wenn nicht leicht. Ja, wenn ihr da oben rennt, okay, gut. Weil, wie gesagt, ich habe kein Neid zwischen. Wenn ich die Tür jetzt aufmache, ich gucke ins Dunkle. Da seid ihr jetzt ein bisschen besser dran. Nicht, dass da einer vor der Tür sitzt. Los, Tür aufmachen, weiter. Na gut, ich komme. Ja. Was? Zombies oder was? Ja, das ist das auch so. Muss ich Richtung Koslowka? Nee. Gefängnis war jetzt drin, aber können wir mal gucken. Vielleicht ist das aufgeploppt. Ich war drin. Wie gesagt, da ist auch ein Zombie, haben wir vorbeigesprungen. Pass auf, da müsste hier noch drin sein. Ja, das ist auch merkwürdig. Kampfrucksack liegt hier. Hose habe ich. Pistolenschalldämpfer. Braucht jemand von euch? Hier auf der Pappkiste. Hä, warum kann ich meinen Rucksack denn nicht öffnen im Inventar? Wisst ihr das? Wie, nicht öffnen? Also ich habe den nicht im Inventar, der wird mir nicht angezeigt, ja. Dein Rucksack muss oben in der Inventarreihe sein, da wo deine Kleidung ist. Ja, weiß ich, da ist der auch, aber wenn ich da drauf drücke, dann habe ich den Luter. Ja, verstehe ich jetzt nicht. Also der wird mir nicht angezeigt bei, halt wo die ganzen Sachen immer sind, wo du alles einzeln ausfiehst. Ach so, dann drückt das Steuerkreuz nicht nach unten, sondern nach oben. Das ist manchmal verpackt. Das geht nicht, da werden nur Sturmstiefel angezeigt, das sind nur den letzten anscheinend. Das ist über den Sturmstiefeln, das große, freie Feld, das ist dein Rucksack. Da muss dann Feldrucksack, muss als über deinen Sturmstiefeln muss Feldrucksack stehen. Nee, bei mir ist ich immer noch Rucksack. Oder was auch immer du für einen hast. Was denn? Da wird mir nur Feuerwehrjaxke angezeigt und... Jungs, Ruhe! Wer von euch rusht jetzt hier oder läuft aufrecht? Aufrecht, keiner. Das ist nicht normal, dass die Zombies sich verhalten. Ich gucke gleich mal in den Chat, was ihr da schreibt, aber ich muss mal hier die Tür verriegeln, weil irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt chillen wir hier mal ein paar Minuten, bis die Zombies abziehen und ruhig sind. Das ist ja nicht normal. So, jetzt gucke ich mal, was ihr geschrieben habt. Nein, jetzt kommen wir noch mehr zu mir. Oh. I'm German. Little big English. Also, ich glaube, das sollte ich uns alles erklären hier. Lasst uns Russisch reden. Lasst uns Russisch reden. Ich gucke mal in den Bild. Ja gut, so lange geht die Nacht auf dem Server, nicht? Gott sei Dank. Wird schon ihr Tag drauf? Nein, aber... Die Jungs sehen alles, ich nicht. Das sei egal. Hey, ich kratze dich ab, ich brauche eine Stadt. Hey, ich... Ich lock mich mit ihm aus. Zombies kommen nicht rein. Passt. Ihr dürft ja wieder euch bewegen, vorsichtig. Oder wollen wir hier chillen? Ich sehe echt nichts mehr hier draußen. Also schon, klar, aber... Ein Gegner mit einem Leitwischen, ich bin komplett unter... Dann bin ich... Ist Feierabend. Der haut mich weg. Ich sehe den nicht mal. Wir können auch abziehen. Nee, egal. Kommen wir später nochmal zum Erfied, wenn es hell ist. Und gehen wir erstmal runter. Oh, keine Ahnung. Essen und trinken sind wir ja eigentlich gut ausgerissen. Dann schließe ich die Tür zu, okay? Ich check gerade mal bei mir die Lage. Einen Topf habe ich noch. Eine Wasserflasche habe ich noch. Die ist aber leer. Eine volle Wasserflasche. Eine volle Wasserflasche. Äh. Und... Dann war es das. Dann würde ich sagen, ich gebe dir... Die volle Wasserflasche ab. Das ist jetzt schwierig. Aber ich habe Vitamintabletten. Willst du haben oder nicht? Weil ich kann dir nicht sagen, also... Ich glaube, ich habe die einfach so gefunden. Ich habe nicht eine... Die Wasserwullen habe ich nicht einmal aufgefüllt. Oder doch. Einmal habe ich am Brunnen eine aufgefüllt. Von den dreien, die ich gefunden hatte. So. Habt ihr getropft und noch einmal Sardinen. Nicht, dass du in den nächsten zwei Minuten noch was zu essen willst. Siehst du es? Okay. Weil meine Wasserflasche ist leer. Aber ich habe noch einen kompletten vollen Topf. Das ist okay. Das heißt, wir sollten dann mal einen Brunnen aufsuchen. Eigentlich. Wie hieß der Server nochmal? Da ist die Frage, wollen wir jetzt die Lücke nutzen? Und dann könnte vielleicht auch hier wieder neuer Loot aufploppen. Weil ich muss jetzt von meinem Topf auch ein bisschen was trinken. Wir sollten Wasser holen. Wasser holen. Ja, ihr habt doch Neid wischen. Dann führ du uns doch mal zum nächsten Brunnen, der hier in der Nähe ist. Ja, dann lass uns da hinziehen. Lass uns die Nacht nutzen. Schleichen wir vom Airfielders mal runter. Und wenn es hell ist, kommen wir wieder her. Na, ich will eh neid wischen. Wir müssen doch mal hierher. Taktischen Helm habe ich schon. Ey, wie hieß der Server nochmal? Daisy minus The Running Dead. The Running Dead. Ungefähr bei 30. Oh, ich fühle mich gerade richtig zu sehen. Los, Wasser holen. Mach den Führer. Buchstabe D und ungefähr bei 24, 25 Seiten. So, offen. Bei mir war es 32, 31. Bei mir war es so. Ich war bei 24, 25. Ja. Einfach bei D. Ja, du sollst nen Führer machen. Ich muss euch nur ein Auge verhalten, weil ich sehe echt nicht so viel. Also, einer ist hinter mir, ja? Von euch. Nee. Ich bin neben dir. Nee, ich krieg vorne schon. Da vorne ist er. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Oke. Ich sehe ihn. finde ich jetzt auch uncool im dunklen wie lange ist normalerweise tag hatte doch vorhin schon die wir hatten doch übel viele stunden im tag gezockt mindestens sechs stunden war das kann mir gar nicht so voll ja das ist das ist ja das du hast nicht viel gemacht der tag ist rum nur rein theoretisch würde ich sagen würde ich sind 45 minuten schaffen so er fehlt vom strand willst du jetzt hier noch ein oder was meine frau hat sie dann nach hause geschafft ja schatzi oh danke blind jungs ich habe euch verloren meine frau hat nicht angemacht könnt ihr mich abholen ja ich sitze hier mitten im dunklen und du machst licht an das musste doch wissen ja lauf ich hab dich drauf das war mit absicht gemacht die frau anschreiben wenn sie nach hause kommen so muss das ich sehe da nur so eine kleine silhoulette davon jetzt war es das übergewicht ich kann nicht mehr rennen jetzt geht es wieder bei mir geht die puste sehr schnell runter weil ich so voll geladen bin ich muss glaube ich dann was wegschmeißen was abgeben keine ahnung der rucksack ist sicher viel zu groß also ihr seht mich ja das ist okay ich finde den server nicht wieder hast du hast du bist du bist auf privat oder auf community auf community ja geh mal auf privat auf was und region europa wenn du den server gefunden hast machst du den server bitte als favorit mit dreieck dass der sternchen hast da brauchst du server nicht jedes mal suchen gut gut und jetzt in game chat auf dauer chat einstellen und schön irgendwie musik einspielen das werden wir unseren kursack ich komme einfach nicht weg her weil jetzt hat jeder hört ja das wohl nicht aber jeder der nähe ist ich habe schon mal einen gehabt den habe ich schon angegriffen weiß so auf den geschossen und auf einmal hat er da eine alarmanlage eingespielt ins spiel ich habe so tot gelacht das war so krass laut ich würde so eine demos das bekommen ist es da wo wir hin wollen hier vor mir gut würde ich sagen verarsche mich doch ein kleines stück und dann gehe ich in die hocke und dann lasse ich mich führen ja sag einmal wenn zombies irgendwo hier vor uns auftauchen sollten das ist ja ich will jetzt aber echt nicht ich finde den server echt nicht daisy minus daisy minus daisy minus und dann running dead und dann running dead t h e running dead running dead kann doch nicht so schwer sein findste schon was schon blätter mal ein paar seiten weiter richtung 30 31 da habe ich ihn gefunden oder warte mal gehen wir gehen wir auch auf party und versuchen der sitzung beizutreten wenn du so nicht hinkriegst machst du dann such morgen den server und machen in die favoritenliste brauchst du heute nicht mehr machen schon zu spät übermüdung muss immer wieder das passwort eingeben ja natürlich kürbis am päckchen braucht es niemand wollte dir keine gärtner spielen werde nämlich den nämlich macht nur den anderen da doch noch kommt habe ich ich hasse diese stadt der hat eine cola flasche die will ich haben pepsi sehr schön alles in ordnung bei euch gut dann geht ihren brunnen ich bin dann nicht der den neid zwischen aber ich halt trotzdem immer stellung weil ich habe gestern wie gesagt auch ein erlebnis hat mich einer am brunnen nämlich erwartet dass gleich die tür hinter euch aufgeht und da einer raus knallt pass mal auf alles schon erlebt so bin ich letztes gestorben ich bin gestern das war gestern im live stream nach bärenzino und da liegt der eine wirklich ungelogen nebenbrunnen in dem busch und hat gewartet 15 böse böse jungs hatte dabei gehabt und er hat es nicht geschafft ein von den bösen jungs rauszudrücken ich habe so schnell reagiert und habt ihr die schrottflinte rein gedrückt bei mir seid ihr fertig mit wasser auffüllen egal ich mache es einfach okay ich habe eine bk ach ach es schaut gar nicht durch das ist die ding hihihi das sind halt diese anfänger so feldflasche ist voll ich warte jetzt erstmal hier bis hell wird weil ich habe keinen möglichen im dunkeln zu laufen und verpasse ich wieder alles hast du jetzt da hingepisst oder was hey ich wurde rausgeschmissen jetzt sagt er das wieder ich wurde rausgeschmissen das hat man heute schon mal es ist restart die haben den restart extra in der nacht session reingemacht das war doch vorhin auch schon so die nacht fängt an und dann gibt es restart und jetzt wenn der server jetzt gleich wieder da ist haben wir noch 20 minuten nacht und dann wird es wieder hell da stande warnung und nicht verwarnung alter kannst du nicht lesen jetzt hackt es aber jetzt klappt es aber ja genau du bist ein spezialist das ist genauso wie wir machen vorhin so ein bisschen späßchen ich und korsak halt so normale daisy späßchen ich so guck mal dann bin ich so zweimal um den baum gerannt nach links und dann dreimal um den baum nach rechts und dann habe ich gemeint siehst du jetzt laufe schneller weißt du und dann hat er sich halt gedacht und jetzt mache ich auch mal ein schätzchen und erzählt auf einmal wo wir gerade am bluten sind in einem ort da oben am horizont laufen drei leute ja ich steig raus aus der bude knarrel die hand am ende korsak denke ich war genau das gleiche und wir nur so boh ja bei bei den strommasten am ende ja ich habe die ganzen strommasten abgeguckt da war nicht eine sau am ende dann sagt er auf einmal war nur spaß also ja experte ja bei also desi späßchen wenn du jetzt neben uns stehst und einfach mit der schrotflinte knallst das ist ein späßchen wenn man nicht gerade auf dem military steht aber 333 gegenspieler ansagen das ist kein späßchen weißt du alle sind sie am zucken ja genau darum geht es du 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 musst du 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 Ja? Also 5 Minuten bin ich wieder da. Wir haben eh noch 20 Minuten Nacht, weil ich wollte mich da bei dem Haus jetzt beim Brunnen aufhalten, bis wieder die Sonne aufgeht und dann zum Airfield. Dann kann ich vorher nochmal beim Brunnen was trinken, weißt du? So war bei mir der Plan. Komm gleich bitte. Oh, jetzt muss ich schon wieder das Passwort eingeben. Mann! Das sind wir schon. So, wie? Warum hab ich denn so wenig Essen? Ich brauch auf jeden Fall erstmal Loot. Deswegen muss gut. Hey, wann kommt hier endlich mal ein Schild? Ah, da ist ein Schild. Tal. 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 Ich bin immer noch im Brunnen, oder? Ich bin jetzt gerade auch im Brunnen, hier steht ein Topf daneben. Ne, ich bin woanders immer nicht. Ja, jetzt habe ich hier wieder einen Topf, kann man in die Tasche tun, ne? Oh. Ne, man macht comfort. Ich bin voll... Ja, mein legtes Problem. Den Platz wir machen. Okay. Ja, das geht. Tschüss. Die Mose ist noch ohne Stoop. Oh geil, das ist echt geil, ich hab nen Brust Waffenhalter da. Doch, dann hab ich wenigstens, hab ich mir nen Platz im Moment auch. Für mich ist das Rekugel hier ein Platz, alles. Das ist genau das Falsche. Drei Kilometer. Oh, wann wird denn endlich wieder Tag? Ich kann so nicht arbeiten. Hm, das schaff ich nicht. Ah, hier ist ein Bild. Ich weiß nicht wo ich bin. Hier ist ein Bild. Hier ist ein Bild. Ich weiß nicht wo ich bin. 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 Aber dann müssen wir durch. Das schlimmste ist ja ich hab nicht mal ne Taschenlampe. Es sind nur nicht mal Zombies und ich höre die nicht, weil wir alle etwas laut sind in der Party. Ich habe auch nur einen Leuchtstab. Ich bin immer kurz vorm oder was heißt kurz vorm aber ich würde mal sagen kurz vor in der Nähe vor Airport und dann sterbe ich, weil ich keine Nahrung finde. Ja, man muss erst kurz am Strand lang laufen. Das Problem ist aber, ich spon immer an so einem hässigen Stadtgebiet wo nur scheiß Hafen ist. So ein riesen Hafen. Ich dachte, ich laufe einfach am Strand entlang. Nein, wo komme ich? Ich komme an so, also an das Meer ran, weißt du. Und da kann ich nicht weiterlaufen. Ja, guck in die Container. Ja, habe ich alles auch gemacht. Aber ich weiß ja nicht, wie viele Zombies sich da rumtreiben. Ich habe keinen Stock. Ich habe gar nichts. Ja, muss ich. Zwei, zwei, drei Zombies gegen Fäuste, das bringt ja nichts. Hm, schleichen. Ja. Schleichen ist halt auch bisschen nichts, ne? Also ich schleiche schon ab und zu, aber... Komm Tag, wie lange brauchst du denn noch? Halbe Stunde. Hoffentlich nicht. Hubert nothing hat. Was hat in denهاstensten. Was hat in die 20? Well, nur... Oh, nur... Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, da hinten sehe ich irgendwas. Machst du hier einen Rucksack in den Licht? Vielleicht sind es ja Gegner. Gleich rechts. Ich glaube, ich habe den Airport gefunden. Ist beim Airport so ein riesiger Tower mit so einer Satellitenschüssel so drum? Ich laufe damit, man. Mal gucken. Oh, das ist noch ein weiter Weg. Zehn Minuten auf Safe. 15 Uhr. Was? Zehn Minuten? Vom Strand aus? Nein. Ah, ich dachte schon. Ich bin ja schon. Sattern, ey. Ich hoffe, ich habe alles abgerüstet. Ah, wie soll ich da so spielen? Leute, ich finde den Server nicht. Ah, der ist irgendwo ganz unten in der Liste. Ganz unten in der letzte Server. Ich kann ihn einfach nicht finden. Wenn es euch dort... Dann kann ich es jetzt eben kurz absetzen. Ich hoffe, das ist der Airport, sonst gehe ich hops, ey. Wie? Gehs hops. Nee, scheiße. Ich habe den Schuss aufgehört, auch gehört. Wer ist gelootet worden? Und Schüsse in der Nähe. Klasse. Oh, nee. Das ist eine kaputte Kehle hier. Bevor die Sonne nicht aufgeht, gehe ich nicht aus der Bude raus. Ich sehe da draußen nichts. Da sind neidwischen Leute unterwegs. Ja, ich sehe auch nichts. Und ich bin schon zweimal gestorben. Egal, ich gebe mir jetzt richtig... Aber ich warte, bis die Sonne aufgeht. Ich bin noch nicht einmal auf diesem Server gestorben. Herzlichen Glückwunsch. Soll ich mich drum kümmern? Ich habe die Tür abgeschlossen, ne? Bei dem Haus, wo der Brunnen ist. Ich bin jetzt noch nicht alle die Flüten bei Ihnen. Echt jetzt? 20 Minuten ungefähr nach dem Server-Restart. Ist die Sonne wieder da. Ja, der Server ist echt gut. Perfekt. Spieler, oben im Haus? Bei mir? Ach nee, bist du ja. Das ist doch unten. Ja. Soll ich dich reinlassen? Schuss, schuss. Ich sperre jetzt unten die Tür auf. Die Tür ist offen. Könnt reinkommen. Macht zu, die Kiste. Gut, dann chillt euer Leben. Bleibt vom Fenstern weg. Aboh, ihr habt ja Night Vision. Ihr könnt ja ein bisschen beobachten. Ja, das geht jetzt ganz, ganz schnell auch. Aber pass mal auf, wie schnell die Sonne hier aufgeht auf dem Server. Ist der Wahnsinn. Kennt ihr wie eine alte Kirchenruine? Oh, es gibt viele, mein Freund. Das haben die mir auch schon erklärt. Ja, aber das ist mir noch zu schnell. Es gibt keine Dämmerung hier. Weil jetzt geht gleich richtig das Licht an. Ich finde das schon hell genug. Also ich möchte schon ein bisschen Tag, Nacht erleben. Das haben es gehört dazu. Ja, aber Nacht, wenn du keinen Staffel in die Nacht hast, bist du auch am Arsch. Ich habe schon so viele Nächte um die Ohren geschlagen. Oder bin auch einfach rumgelaufen und habe gelootet nachts. Also scheiß drauf. Aber ich meine jetzt, wenn du guten Staff hast und dann willst du ungern in die Nachts luten, denke ich mal. Deswegen sind wir jetzt im Haus. Jetzt ist es was anderes. Wir sind ja schon equipt. Ich war wirklich noch nie beim Erfurt. So. Deine Machete. Ja. Jetzt wird es ganz schnell hell. Die Schüsse von den Gegnern leiten mich zu euch, aber die schießen gerade nicht. Ich habe es gerade eben schon mal gehört, einen Schuss. Ich komme gleich mal von hinten und wenn ich sage, kniet euch mal alle hin, also wenn keiner von euch draußen ist, kniet euch mal alle hin, dann gucke ich mal. Wir sind im Haus, wir sind nicht draußen. Okay, ja dann cool. Wenn ich gleich im Airport bin, gucke ich mal von hinten, ob ich da irgendeinen Gegner will. Ich wollte es nicht sagen, also ob du da irgendwas siehst. Wir gehen da eh gleich wieder hin. Wenn da Stress ist, dann ist da Stress. Deswegen gehe ich da hin. Das ist verdammt groß. Hättest mir kleiner vorgestellt. Ich habe Chlor-Tabletten, soll ich die mal mitnehmen? Kannst du Wasser mitreinigen, brauchst du nicht wirklich. Okay. Wenn du das Wasser immer schön aus dem Trunnen holst, brauchst du die Tabletten nicht. Einen Kompass? Einen Kompass? Einen Kompass solltest du mitnehmen, wenn es der Goldene ist. Ganz nützlich. Der andere ist nicht so gut. Ja, der ist Goldene. Der Goldene ist gut, aber der andere ist eher kompliziert und das sieht man kaum. In die Hand? In die Hand und dann einmal R2 und dann in Ego Perspektive gehen. Also 2x R3 reindrücken. R-Field ist aber bestimmt auf dem flachen Gelände, oder nicht? Funktioniert es? Ja, weil ich bin hier nur auf Bergen unterwegs, deswegen. Funktioniert es mit dem Kompass? Hm. Also der Kompass zeigt mir Norden an da vorne. Ja, der Kompass ist wirklich so, wie es dir anzeigt, so ist das auch. Dann gibt es noch diesen Orientierungskompass und der ist scheiße. der die Nadel zeigt, da weiß ich nicht. Ganz woanders dahin als... Seid ihr eher im Norden oder eher im Osten? Naja, stimmt. Ich muss erstmal wissen, wo ich bin und das dann einschätzen zu können. Dann packe ich den jetzt erstmal kurz weg. Ich habe auch einen Kräuter-Liqueur oder sowas. Tinktur ist das. Nicht trinken. Will ich trinken, will ich nicht trinken. Den habe ich mal gestern getrunken. Ja, hast du gekotzt, oder? Ja. Ja. So, Jungs, es ist hell genug, was man... Ja, aus Fehlern leert man. Ich trink jetzt nochmal draußen am Brunnen und wir können dann eigentlich los. Ich brauche nur Essen, jetzt bin ich... Ah, Leichtmarsch. Sag ich mal so. Ich habe noch einen Apfel und eine Kartoffel. Würdet ihr mir raten, durch den Wald zu laufen oder eher an so einer Schotterstraße? Das ist in deinen eigenen Ermessen. Also ich bin der Querfeldeinläufer. Ich kenne aber auch Leute, die laufen lieber am Wald des Rand. Das hat glaube ich auch immer was damit zu tun, was man zu verlieren hat. Oder wie ernst man das Ganze nimmt. Ich habe nicht so Angst. Ich weiß nicht. Ich habe eine M70 Tundra. Oh Gott. Ich gehe mal davon aus, wenn ich querfeldeinlaufe, dass nicht gerade ein Heckenschützer am Waldesrand liegt und auf mich zielt. Und bis jetzt ist das nie passiert. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. So lange wie ich Desi zock, ist mir das noch nie passiert. Gefechte passieren meistens im Wald. Wenn du im Wald bist und auf einmal kommt dir ein anderer Spieler entgegengelaufen. Am Ende das habe ich schon oft gehabt. Weil die wenigsten laufen querfeldein. Es ist wirklich so. Alle kuscheln sind da im Wald rum. Da hast du glaube ich mehr Kontakt, als wenn du querfeldeinläufst. Also das ist das, was ich aus meinen vielen Stunden Desi gelernt habe. Hier ist noch eine SK. Ah, ich wollte schon sagen. Spawn doch hier eigentlich gar nicht. So Führer. Führ uns zum Airfield. Bleibt ihr beim Airfield? Oder? Wir bleiben jetzt erstmal beim Airfield. Papa will sich ein 80 Gerät holen und scheinbar ist da eventuell sogar Kontakt. Mal gucken. Ist die Waffe gut? Die M70 Tundra? Ja. Ja. Nice. Ja. Ich habe die im Jäger-Aufstein gefunden. Das ist in so einer Futter. Ja, ja. Das sind die eigentlich der Spot für die Waffe. Auch für die Visiere. Auch im Jäger-Stand. Wenn das die Visiere. Ja, ich finde sie aber auch in den Shops drin. Ja, richtig. Ja, ja. Oder in die neuen Ferien-Camps habe ich schon jede Menge gefunden. Ich packe die Hüze. Führer. Wie sie anfangen. Wie sie anfangen. Wir sind auf dem Marsch. Da muss sich wie sie anfangen. Das ist sehr gut. Ich bin so nett. golden k equip. Ich bin so nett. Wärmekissen. Hallo? Ja, viel Spaß. Ich dachte, ich bin aus Paddy geflogen. Nein, Digga. Das ist nur, wenn du Unterkühlung hast und... Wenn du darauf achtest, wirst du eigentlich keine Unterkühlung hast, hörst du, du rennst in der Nacht bei Regen irgendwo draußen rum, dann wirst du unterkühlt. Nein, richtig. Oder wenn du nach Alcatraz rüber schwimmst, dann solltest du auch so ein Ding... Brauchst du nicht unbedingt, aber wenn du eins dabei hast, bist du schneller wieder aufgewärmt. Mehr ist das nicht. Ich meine, ich hätte wohl Bock auf so eine Insel einfach mal drauf und dann gucken. Ich meine, das Wärmekissen wird noch interessant, wenn das Update kommt dann irgendwann, dass deine Hände auch zittern und so. Ja, also wenn das dann ist, dann sind auch die Wärmekissen interessant. Weil dann musst du dich schnell wieder aufwärmen, dass du deine Waffe wieder benutzen kannst. Ansonsten zitterst du die ganze Zeit und wackelst hin und her. Also auch Shit. Ja, das ist Daisy. Die haben noch viel vor mit den Dingen, da kommen noch viele Updates. Ja, hoffentlich. Das dauert noch, bis das mal komplett fertig ist. Spiel gibt's jetzt nicht. Okay, bei mir ist auf jeden Fall eine Base. Okay. Die ist überall Stacheldraht ausgelegt. Und die Base ist nicht klein, sag ich mal so. Stimmt bei dir der Base. Nee, 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 nee. Die wurde von Spielern gebaut. Sind da Holzteile, ja? Mit wirklich Tarnnetz, Wachtürmen. Ja, ja, das ist ne richtige Base. Boah, die ist echt nicht klein, die Base. Alter. Sind die Wachtürme aus Holz? Ja. Ja. Ja, okay, dann ist es wirklich ne richtige Base. Krass. Sehr viel Holz ist hier. Merk dir die Stelle. Der war gut. Der war gut. Der war gut. Also bei jedem anderen okay, aber... Bei meinem neuen Kumpel weiß ich nicht. Ja, renn du mal weiter. Zwei Gabelkommeln. Oh, die haben mir voll viele Magazine. Ich bin schon durch. Kara 101. Ja, ich bin hier aber gleich ganz schön weg, ey. Ganz viel Glauben. Lass mich aus dem Hals raus, die Scheiße hier. Ich trinke hier schon Zitronenwasser. Heiße Zitrone. Schmeckt so, wie's heißt. Wollt ihr denn hin? Zum Bunger. Ja, ihr habt ja Nightwishen. Geh ich halt alleine zum Bunger. Hä? Warum kann ich die Fester nicht öffnen? Weil hier sind direkt ein paar Bunger. Die loot ich jetzt direkt. Erstmal. Ist auch noch drin. Ist es dir, warum ich die Fester nicht öffnen kann? Viereck. Ja. Handelszone, wo du beschossen wirst. Also wenn du da hingehst, dann sag ich dir gleich schon. Am Ende hast du gleich erst mal Programm. Seitdem die die Handelszone eingeführt haben, geht's da oben richtig zur Sache. Ja. 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 Also, das ging nach hinten los, auf Deutsch gesagt. Das ist jetzt eine reine PvP-Treffzone. Was anderes ist das nicht. Da wurde richtig geschossen, da oben. Ja, bei diesem Ort, was er gerade gesagt hat. Aber wo das genau ist, weiß ich auch nicht. Müsste ich selber erst mal auf der Karte gucken. Beziehungsweise auf dieser ISO-Walve-Karte haben die das 100% eingezeichnet. Okay, hier sind nur Sachen fürs Auto drin. Elektronik-Scheiße. Aber hier könnten wir jetzt gerade ein komplettes Auto aufbauen. Hier ist dieser Sturmhelm. Den will keiner, oder? Nee. Hab ich mir gedacht. Aber die Base ist echt nicht klein. Hier kommt der noch weg. Nee. Den Kollegen. Hier sind überall Staffeln gerade und so. Jetzt bin ich hier gerade bei der Base und da muss ich pissen. Nicht am Rucksack? Was ist Wander-Rucksack? Ja, der liegt hier im Bunker drin. Also so ein Bambi-Rucksack? Ja. Okay. Ich bin schon bei den Baracken. Baracken sind alle zu. Aber das ist ja klar, nach dem Rüstert. Ich hab hier auch noch so einen guten Kompass. Hat schon jeder einen? Ja. Okay. Aber hier war jetzt nur ein Magaziner. Ich kann den Rest wohl vergraben haben oder so? Waffen? Da waren andere bestimmt schon schneller. Nee, war alles zu. War alles zu, aber du bist drinnen. Ja, ich hab Schloss geknackt. Was? Schloss. Ja. Ja. Haha, Gauner. Ich hab auf jeden Fall Magazine für die Ka 101. Eins. Drei Stück. Und... Ein Magazin hab ich noch. Und für die... ...VSF Scharfschützen. Ja. Ich bin jetzt hier bei den nächsten Bunkeranlagen. Bei den dreien. Ich weiß nicht, wo ihr abhängt. Ich bin bei den Baracken durch und bin jetzt bei den nächsten drei Bunkeranlagen. Nein. Nein. In die Richtung, wo wir vorhin hergekommen sind. Richtung Baustelle, Richtung Kran. Von der Seite, wo wir vorhin rein sind, sozusagen. Keine Ahnung. Ey, aber das ist echt geil aufgebaut hier, wie wir das gemacht haben. Oben nur mit Tarnnetzen, unten mit Dingens, Metall, überall Stacheldraht drum. Noch ein PSO-Visier. Naja, das wird mit Nightwishen nichts für mich. Ich glaube, ich hab alle Bunker durch. Keine Nightwishen. Telefon. Nachricht. Nachricht. So, wo seid ihr zwei Sigeunen? Oh, ich komm da. Ja, ist sowas. Ja, ist sowas. Ja. Na, ich höre. Waldstreich. Nachricht. Nachricht. Ich habe zwei SIGEL. Das ist pass, wie wir die Gap. Wir haben ja noch die Gapen узора. Hier habe ich eine Gapen. Ich nehme zum Schluss. Ich habe immer gut. Diese Gapen und Kuchen. Ich habe auch eine Gapen. Ob ich nicht mal meine Kartoffeln mitnehmen kann. Ob ich nicht mal meine Kartoffeln mitnehmen kann. Die Bunga hatten wir auch da drüben, rechts von uns, oder? Hä, fuck, 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 ich bin krank, was kann ich machen? Vitamintabletten. Ja, hab ich nicht, was noch? Vitamintabletten. Aktivkohle probieren. Und Vitamintabletten. Das ist Virus, ja? Also, so ein Ding ins... Ja, ja. Ja, ja, das Virus, scheiße. Das heißt? Nicht mehr sprinten und versuchen, irgendwie das wegzukriegen, bevor du wieder das nächste Trinken zu dir nehmen musst. Nicht so viel Trinken, nicht so viel Essen. Ja, ganz, ganz wenig, jetzt nur noch so ganz kleine Schlückchen. Ansonsten bricht es direkt raus und dann ist alles im roten Bereich, dann stirbst du ganz schnell. Aber muss jetzt echt aufpassen. Trink dir Adrenalinskript für was? Hau alles rein, was du hast. Aber man, das ist scheiße gar, man. Versuch alles. Versuch alles. Weil eigentlich nur Vitamintabletten im Moment, aber versuch alles. Einfach reinhauen. Einfach reinhauen. Auch essen. Trinken. Aber ganz wenig. Wenn du so eine Büchse isst, halt nur zweimal rein mit der Hand und dann später wieder. Hauptsache du kotzt nicht. Wenn du erstmal alles rauskotzt, war es das. Ich glaube beim dritten mal kotzen. Da ist dann wirklich vorbei. Dann kannst du gar nichts mehr machen. Ich nehme jetzt erstmal die Chlor-Tabletten und muss mein Wasser wieder sauber. Ich habe aus der falschen Flasche gedrungen. Also Easy-T-Tower denke ich nicht, dass ich mir das jetzt da pressen muss. Da hinten müssten ja nochmal Bunker-Anlagen dann sein. Auf der anderen Seite vom Airfield, ne? Wir hätten auf jeden Fall übel viel Schutz auf der Seite beim Easy-Tee. Jetzt drüben bei den Hangar-Anlagen. Also jetzt hier querfeld. Übers Rollfeld. Muss nicht sein. Weiß nicht, wie ihr das seht. Na dann. Guten Hunger. Ich habe hier eine Gaslampe. Wir treffen uns hinten im großen Gebäude. Die Zombies, die hier rumstehen, die tue ich jetzt schnell poolen. Dann könnt ihr sauber durchlaufen. Weil ihr solltet hier nicht rumschleichen auf dem Asphalt. Fällt hier. Ein bisschen sehr heftig. Ja, glaubst du, ich gucke jetzt nach hinten. Wie viele da hinter mir her noch. Jetzt vergiss es aber. Wie lange dauert das, bis es weg ist, bis es hier ist? Ungefähr. Bis du es geheilt hast. Bis du was gefunden hast, was dagegen dich, also Halt. Versuch so eine weiße Packung Vitamin-Tabletten, dass du die irgendwie in die Finger kriegst. Und renn nicht mehr. Nee, ich renn gar nicht. Ich renn eigentlich nie. Ja, gut. Ich laufe immer nur in diesem Joggen. So, seid ihr zwei schon drüben auf der Seite? Ja, pass auf. Ich sperre jetzt hier erstmal. Boah, warum poolet ihr die jetzt? Ich wollte ihn hier einsperren. Lass ihn doch jetzt. Hier rein. So, da ist nämlich der erste weg. Fertig. Und der andere, den mache ich mit dem Messer. Okay, vor mir ist jetzt eine Stadt. Der hat mich natürlich auch erwischt. Oh, Penner. Lass schluckt halt schon echt viel trinken, ne? Was sieht's denn bei euch mit Bandagen aus? Kannst du mir ein paar Stofffetzen abgeben? Zwei oder so. Oh shit, ich muss unbedingt was essen. Was willst du mit dem Messer? Mit dem Messer. Kann man Kartoffeln roh essen? Hallo? Kann man Kartoffeln roh essen? Okay. Ja, eigentlich schon, aber weiß ich nicht. Mir ist noch nie was passiert bei der Kartoffel. Das ist wie eine Birne oder ein Apfel. Weißt du da irgendwie was hinlegst gerade? Ich seh nix. Ne. Nimm's selber. Ich lock jetzt hier nicht aus. Ich seh dein Zeug nicht, was du mir hingelegt hast. Tut mir leid. Ja, Alter, es ist ein bisschen dunkel. Wir sind öfters Vitamin-Tabletten. Wie bitte? Gibt's irgendwelche Häuser, wo mehr Vitamin-Tabletten brauchen? In ganz normalen Häusern findest du die sehr oft. Ich loop hier jetzt einfach mal durch. Ich hab eigentlich voll den guten Loop. Wir werden den jetzt gepoolt. Für den Anfang. Der ist jetzt über den Zaun geklettert, der ist hinter uns. Irgendwie hab ich das Gefühl, das ist noch der gleiche Stuff wie vorhin. Wir hätten leerräumen sollen, alles. Denke nicht, dass ich jetzt hier ein Night Vision bekommen werde. Nein. Aber ich hab das Gefühl, dass der Loot immer noch der gleiche ist wie vor dem Richtert. Nur, dass die Türen jetzt halt wieder zu sind. Das ist ja normal. Hier liegt die 556 Munition, das ist der gleiche Stuff. Ich kann nur hoffen, dass jetzt an der Stelle, wo ihr die Night Vision oder was auch immer ihr eingesteckt habt, dass da jetzt was Neues gespawnt ist. Wir hätten hier ausräumen müssen normalerweise. Alles rausnehmen, was da drinne liegt. Die Spots sind immer noch mit dem Zeug belegt, was da vorher lag. Ach komm schon, ich brauch doch nur Vitamin-Tabletten. Kann das so schwer sein? Können dir etwas schwierig werden? Ja, ich merk's. Das ist shit. Nein, ich bin zackt. Oh, fucking zum. Das geht mir nicht auf die Eier, Vipo. Vorsichtig. Daneben, die Bunkeranlage, war ich noch nicht drinne. Und in den grünen Dingen, da war ich auch noch nicht drinne. Vielleicht findet von euch einen Night Vision. Mal gucken. Ich hab irgendwie kein Glück. Shit. Ich hab gerade eine Rolle Klebeband versaut, weil, ja, 100% aufgebraucht. Dschungelstiefel. Hattest du deine Dschungelstiefel vorhin hier ausgezogen und gewechselt? Gegen andere? Ich geh auch hin. Oh, okay. Oh, okay, erst mal. Okay. komm schon, irgendein zombie muss doch wieder weg ich bin in den einen bunker der ein bisschen anders gebaut ist also der mit diesen doppeltoren ja ja der ist der akku bei mir ich weiß auch nicht warum man nicht rein kommen die türen sind offen und da kommt ein schreiben der ist aber auch irgendwie schon weg geil ich habe kampfhandschuhe da drüben ist eine baracke da können wir uns mal zwischen punkten gut dann gehe ich halt da rein und mache die türen jetzt hinter mir zu ja ich habe zwei hinter mir die geben mir hier übel saures ja hier ist diese neidlichen stürmen band drinnen dann gehen wir auf ich will erst das haus durch doch das ist eine dreck so was ist das gesehen hier der hier hat eine weste danke bitte bitte der hier hat auch eine weste mal ein paar vitamintabletten zu mir nehmen ehrlich ich habe hier so ein bisschen zwar volles blut ne ich habe nicht mehr volles blut deswegen kein bundes bild mehr so was aber neid vision muss ich hören will ich hören mag ich hören ich habe mich gar nicht mehr in die bunga rein zu gucken wurde es wieder dunkel oder bin ich angeschlagen mir doch egal können sie hier auch im moment ist ruhig okay schrei mich nicht so ein schrei mich nicht so ein wer wer in einem check geschrieben hat wer in einem check geschrieben hat willst du nicht lesen nö da ist ein hollander ich habe alle rucksäcke auf die zombies oh gott ich bin jetzt gerade vor einer barrikade gelandet in meinem scheune aber ich habe zum glück noch nicht gekotzt sollte ich da jetzt rein oder nicht was ist da also hier ist eine scheune und die scheune ist von beiden seiten ist die scheune zu ist das auch so ein berg ne das ist da wo wir vorhin waren am anfang ja das ist da wo wir am anfang waren da ist aber noch ein zelt drin ja bin servus rote was denn weißt du auch noch als wir am anfang waren wo wir doch das mit der axt durchgeschlagen hat ach da der ist doch ganz unten an der küste mensch ja voll weit weg am arsch der welt bist du oder wir am arsch der welt wie auch immer ja dankeschön danke für die information gerne doch hat hier niemand ein zombie umgebracht von euch bei sg5 hatte ich eben gesehen in einem zelt ansonsten noch nichts irgendwie auffällig hier ist noch ein zombie mit einem großen rucksack das war auch ihr ja ja gut ich frage nur das sind vitamintabletten was ist da ja war ja 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 finden wir was finden wir beim flugzeug fragt was ja also ich falls es da was gibt gehe ich jetzt gucken ich würde mal so sagen das ist hier glaube ich ein bisschen anders aber ein anderer privatserver hier hüpfen nicht nur zehn leute rum aber ich bin mir so unsicher dass hier gewisse leute sich schon ein bisschen was an vorrat weggelegt haben 100 prozent was mit desinfektionsmittel wo sollen bei dem flugzeug klug sein hab da noch nie was gefunden ehrlich gesagt ach so kam das bei mir falsch an jetzt da wo die ganzen kaputten elga gewesen der ganze scheiß ist ach man komm ich will doch jetzt nicht sterben nur weil ich wieder krank bin ich sterbe wirklich hauptsächlich immer nur an krankheiten bin auf jeden fall komplett auf der anderen seite von der landebahn jetzt vom zeltlager weil beim zeltlager gab es nichts beim zeltlager ja ok ich bin gegenüber von der rollbahn richtung gefängnis da würde ich dann auch erstmal warten weil da drüben habe ich jetzt für mich alles durch bin durch alle zelt durchgerannt und akok sehr schön ich glaube ich gehe gleich hauptsächlich das kann nicht sein scheiß vitamintabletten scheiß vitamintabletten auch doch dass ja d ja Oh mein, das kann man hier. Ich brauche doch nur Vitamintabletten, Mann. Beim Gefängnis die Baracke, lasst mal zu, sind drei Zombies eingesperrt. Wie lange soll ich denn jetzt noch rumrennen mit der Krankheit, ey? Fick nur die Dicken. Rennen solltest du eh nicht. Ich bin im Gefängnis, hab's gerade durchgeguckt, ist nix drinne. Alter, wann bin ich endlich mal in der Nähe, ey? Ja, das freie ich mir aber schon seit ein paar Stunden. Vor allem genau dann, wenn ich jetzt wieder irgendwo mitten in der Pampa stecke, hab ich kein Trinken mehr. Ja. Du belastet. Ich hab zu viel, trinken aber ne Krankheit. Ich hab zu viel, trinken. Ich hab zu viel, trinken. Nimm die alle hin, falls niemand es nimmt von uns. Weil die ist nicht schlecht. Ich würd schon sagen, derjenige, der jetzt kein Schnellfeuergewehr hat, nimmt sie. Ich hab die Magazine alle hingelegt. Ja gut, dann nehm ich die Waffe aber jetzt trotzdem irgendwie mit. Ich lass die hier jetzt nicht rumkullern. Ja so gut, ich hab sie jetzt genommen aber kann nicht wechseln. Ich hab jetzt auch drei Stück, aber ich hab so viel Stuff. Visiere und allen Scheiß. Ich muss mal kurz hier zumachen die Tür und muss mich kurz um meinen Inventar kommen. Okay, da stehst du. Alles klar. Hört sich gut an. Ich krieg nie was dabei. So früh. Hörst du, du musst raus morgen. Ich muss raus. Wer geht jetzt offline? Ja raus muss jeder. Wer? Ich bin, komm. Naaah. Na. Behalten wir dein Nightwishin. Oder meinst du das ernst? Kommt doch morgen wieder, oder? Ja gut, dann nehm ich's, wird's dir morgen wieder geben. Alter, ich hab einfach kein Glück grad. No Job. Gut, ich hab jetzt hier noch ein bisschen was hingelegt. Kann man irgendwie Expo die Harz nehmen oder so, wie das heißt? Was bringt das? Echt nicht? Oh, Moment. Warte, ja, seh ich. Jetzt brauch ich diesen Helm, ne? Ich sitz grad in dem Auto. Den hatte ich euch vorhin gedroppt da, äh, und liegen gelassen. Ich hab hier ein fahrendes Auto. Ja, ich dachte, dass ihr den mitgenommen hättet. Fährt das Auto? Ähm, das Auto hat Benzin. Mein, 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 mein Ding da, mein Gestripp. Sind Kettler. Da behalten wir den Helm. Das Kopfband hat man nämlich jetzt hier, äh, das war doch hier im, im Gefängnis, glaub ich. Irgendwo hier lag das Kopfband rum. Hab ich liegen lassen. In welcher? Ja. Ist da eventuell... Das kann sein, ja, richtig. Da wo die drei Zombies drin sind. Weil, das wollte ich natürlich vorziehen, das Ding hier aufzubehalten. Okay, bei mir sind jetzt zwei hohe Strommasten, so rot-weiße so. Ich hab die Zombies gepoolt, ich lass die da ausm Baracke raus, dann kannst du kurz reingucken. Aber ich glaub, das war nicht bei der, war nicht bei der Baracke. Nee, das war schon sehr. Ich glaub, bei mir ist hier irgendwo ein Gegner. Viel früher, wo früher? Weil, die Zombies sind schon angehatet. Also, die Zombies sind nach ein, zwei Schlägen K.O. Und ich hab'n fast fahrendes Auto gefunden. Okay, und ich hab'n Auto gefunden. Also, das heißt, das war auf der anderen Seite, oder was, sozusagen? Ja, klar. Beim Feldlager war's dann aber nicht wichtig. Alter, die Märkte ist so riesig, ja. Ja, das wüsste ich nicht, dass ich das trotzdem Gilly, ähm, Kopfbedeckung noch benutzen kann. Wenn's wenigstens ne gescheite Karte wird. Ja. Also, ich glaube, ich schalte auch, wenn's nur über Handy ist, sowas. Ja, wo du siehst, wo du bist. Und dass man immer suchen muss. Na, muss ja nicht sein, wie GPS-mäßig, dass du weißt, wo du bist. Sondern, ähm, dass du eher gucken kannst, wo du bist. Ja. Ja. Weil, ich hab' hier eine Map, zum Beispiel. Aber da muss ich hinzoomen, wegzoomen, und da verläuft man sich nicht. Vor allem, ich spiel' das GMS jetzt fatal. Fakzin. Schön, 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 schön. Ich sterb' jetzt eh wieder. So, der eine Kollege geht. Ich müsste auf die andere Seite auf jeden Fall, wegen dem Stirnband. Aber ich bin jetzt noch hier, also... Wo seid'n ihr jetzt? Ich bin grad auf irgendeinem, irgendeinem Berg bei einer alten Ruine. Ich mein' die Jungs, die bei mir sind. Ja, das weiß ich. Cossack? Wenn du auch abräumen willst, sag' mich selbst. Ja, ich will, 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 ich will. PVN-Visier hab' ich jetzt hier. Äh... Kampf. Und... Kampf. Und hier gibt's noch Handschuhe, Taktische. Braucht noch niemand sowas? Gut, jetzt muss ich noch mal gucken, wie... Hä, was mach' ich? Momentan. Oh, das hab' ich mir gedacht. Kann man aus dem Topf auch trinken, ja ne? Ja, natürlich. Einfach in die Hand nehmen. So, 60... Das sollte eigentlich hinhauen. Okay. Sagt wer? Sagt wer? Tommy. Was, 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 was war's jetzt für eine Waffe? Die kurze wieder. Ja, okay. Gut. Ja, wie gesagt, der Kollege hat klipp und klar gesagt, wir werden finden am ersten Tag, aber... Er hat auch gleich gesagt, wir werden höchstwahrscheinlich nicht gleich die großen, dicken Dinger finden. Und er hat auch gesagt, dass wir diese Sachen nicht unbedingt beim Military finden werden. Wie das gemeint ist, keine Ahnung, aber das ist das, was er gesagt hat dazu. Ich bin jetzt, äh, Korsak. Da, wo wir vorhin zum Schluss waren, da ist dann so ein, dieses komische, grüne Hütchen. Und da ein Stückchen weiter, da ist ne Baracke, da bin ich jetzt gerade. Oder zwei. Okay, ich muss mir das Stirnband unbedingt noch holen. Hier ist noch ein Night Vision. Jetzt habe ich zwei. Scheiße, der Kollege hat sich ausgelockt. Wenn ich jetzt draufgehe, verliere ich alle beide. Gut. Ja, ich muss mir das Stirnband jetzt alleine holen. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich muss mir das krank sein, das schluckt so viel Essen und Trinken, ne. Funkgerät. Also den Funkverstärker habe ich jetzt gerade gefunden. Naja. Wurde schon klappen, oder? Das war auf jeden Fall ne Baracke. Das weiß ich. Wo wir zwei zusammen drinnen standen, kurz. Mit dieser Doppeltür. Genau. Wie vorne? Wie meinst du das jetzt? Ja. Ne, ne, das war die mit den Betten, genau. Nur ein Zimmer sozusagen. Richtig. Und das war vor dem Zeltlager. Unmittelbar vorm Zeltlager war das. Das war nicht weit vorm Zeltlager weg. Wir hatten ja jetzt schon wieder Durst. Ich brauche unbedingt Multivitamin Tabletten. Das geht nicht mehr länger. Das geht echt nicht mehr. Auf jeden Fall war es ein schöner Abend. Hat echt mal wieder Spaß gemacht, Daisy. Und da hoffe ich mal, dass wir das die nächsten Tage weiter so machen. Aber ihr geht da jetzt nicht alle pennen, oder? Tschau, 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 tschau. Morgen über Tag bin ich wohl dabei, aber abends bin ich nicht da. Ich kann ja schon mal sagen. Okay, warum? Ja, ich bin feiern. Feiern? Morgen? Ja. Achso. Wer hat das Wort? Party oder was? Hm. Wo kommst du her? Niedersachsen. Niedersachsen. Ah, okay. Techno Party oder was ist das? Ah, nur so Artzelt. Ah, okay. Hey, das ist bei mir lange vorbei. Aber ich habe mehr so Techno Partys und sowas genossen. Das war auch zu der Zeit in, also, oder modern. Das hört sich lustig an. Kurz nach der Wende. Ist bei mir auch schon mal was vorbei. Soll ich mal auf so einen riesigen Strommasten draufklettern? Ist da oben das Gute dran? Nee, das ist das verschwendete Zeit. Ist einfach nur mal Überblick kannst du dir verschaffen, das war's aber auch. Bist du bei so einer Burgruine? Da war ich gerade, ja. Aus dem Berg? Ja. Ja. Ja, da war ich gerade. Der ist direkt daneben dran, oder sogar, ich glaube, nebendran ist das so eine, ähm, so eine riesengroße Maske. Ey, ich habe noch eine Wave gefunden. Seit, äh, Bibi, kann ich denn das Stirnband benutzen? Jetzt inklusive dem... Ghillie Suit. Cossack. Na, D, aber wo hast du denn das, äh... Ja, natürlich. Der hat doch gesagt, ich könnte mit diesem Band, könnte ich das, äh, Netz, trotzdem benutzen. Ja. Ich habe gar keine Ahnung, wie sie hier sind. Ihr habt fast alle das Stirn, oder? Nein, 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 ja, ja, ja. Er hat sich wo sehen, ob sie das kombinieren oder... ...ando, aber da kann ich... ich hab hier voll viel zucchini und so gefunden voll viel dann check mal was ab sonnenbrille die sonnenbrille hat gestört geile nummer neidwischen mit gilly haha das ist doch mein ding siehst du das pso wollte ich dir eigentlich noch geben kann man morgen machen dann habe ich noch dieses ohr noch näher dieser durch guck schacht dieses rvn visier das ist scheiße und dann hätte ich noch kampf ziel visier ja das weiß ich ja das arco habe ich mir jetzt selber schon auf die dings gemacht ja gesagt für den ersten tag muss ich sagen würde ich ja mehr als gut ausgerüstet hier auf diesen privat server mich nicht beschweren ich brauche auch nicht ja dass ich in einer stunde oder an einem tag voll equipt bin das frau ich echt nicht so dann mache ich mich jetzt auch vom airfield so ein neidwischen hätte ich dann abzugeben morgen ok hier steht auf jeden fall ein panzer was heißt das in dem panzer steht das heißt du kannst da einsteigen und wegfahren kochsalzlösung bringt nichts ne das kann ja deinen arsch retten kochsalzlösung warum das ist wie eine impulsion oder ist mehr oder weniger eine impulsion eine reinigung am under kochsalzlösung kann dir bei mehreren sachen helfen und ihren arsch retten genau so wie das adrenalin und morphin macht das hat auch sinn wenn es einfach nur so just verwandeln ist dann ja wenn jetzt im gefecht ist und gerade schwer vor dem verrecken dann kannst du das schnell pumpen und ganz schnell noch wegrennen und so sagen was ist das denn merkwürdig ein bunker zu weil ich kann immer noch mit der perfekten krankheit und es geht auf den sack auch wie lange du schon lebst mit der krankheit gut ab ich tut ab maximal kacke ich habe noch nicht einmal gekotzt die karte desert castle bin ich fast radio 10 er bin ich jetzt irgendwie so ist das wie hast du das jetzt so schnell rausgefunden mit diesem komischen scheiß karten ding dass du da bist da steht das auf englisch drunter ja ach so du hast die karten gefunden die da einfach rumstehen ja diese map karten ok ja da ist ja auch der rote punkt der dir sagt wo du gerade bist ja die dinger sind gut da gibt es noch so eine kleine einzel map die du finden kannst damit kannst du echt nichts anfangen am ende die ist total scheiße was habe ich denn hier noch drin aber ich habe hier noch bacon drin lol drei packungen ich habe nicht einmal gekotzt bis jetzt ich habe noch nicht nichts an leben verloren ja wie gesagt ich wäre schon längst verreckt ich bin jetzt auf dem weg zu dingen ich bin jetzt äh 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 zum airpods ok hat jemand hat jemand von euch eventuell was was ja eventuell irgendwas für mich also zu essen oder so äh also ich hatte sie eben auch schon äh zwei leute sind schon raus und ich geh jetzt auch raus ne ich mein vitamin tabletten oder so ja aber ich log jetzt aus dicker ich warte jetzt hier keine stunde bis du eventuell hier angetrollt kommst am ende ich mag gleich ins bettchen gehen weißt du ja genug für heute ich hoffe nicht dass du irgendwie sauer bist deswegen ne ich meine ich bin gleich da beim airport ja gut das sagst du schon seit weiß ich nicht drei stunden gefühlt ja ich bin in falsche richtungen laufen aber ich habe ja gerade auf die map gekocht ja wie gesagt das airfield ist heiden groß bis wir uns hier gefunden haben ist locker ganz schnell eine stunde vergangen ich habe da drauf keinen turn das darfst du mir jetzt auch nicht wissen nehmen ich log jetzt aus ja ok ok weil vitamin tablette finde ich überall in diesen stadtgebieten normalerweise ja sehr häufig sehr oft ich habe jede tausender stattdurch lute ich habe nichts gefunden ja wie gesagt ich glaube dir sogar äh ich bin ziemlich früh morgen wieder online also entweder tust du dich jetzt einfach ja versuchst du das jetzt dein eigenes glück oder gehst du auch offline und kommst dann treffen wir uns wenn du eh jetzt wieder in der nähe vom airfield bist wir sind hier oben sind drei leute also eine erhöhung mit dem wald ne sowas hast du eigentlich überall aber das airfield ist eigentlich eine riesengroße plane fläche und ist auch wirklich sehr groß du kannst nicht von vom ein anfang zum anderen ende kannst du nicht einfach durchgucken das geht nicht das ist wirklich höllisch groß ja ja wie gesagt ich werde dann und das ist von meiner seite aus gesehen jetzt ja ein berg hoch und das airfield ist auch von wald umgeben das ist richtig das ist richtig okay aber ich bin jetzt bei dem wald wie gesagt da kommt dann ein auffällig großer saun mit wachtürmen und noch dahinter hinter dem zaun noch eine steinmauer die todeszone sozusagen das hast du nur beim großen airfield das kann man nicht übersehen und das airfield ist mehr oder weniger vom wald umgeben das ist richtig und das airfield liegt auch auf dem großen berg ja ist auch richtig und ich log jetzt aus ich bin beim airfield wie gesagt wir können hier morgen gerne dann weitermachen ich drücke dir die daumen wenn du jetzt weiterspielst dass du die tabletten findest beim airfield wirst du die tabletten definitiv nicht finden das sag ich dir gleich ich habe mich dann beim airfield außen dann ja das glaube ich vernünftig dann treffen wir uns dann sind wir morgen zu 40 da oben ja wie gesagt ich habe jetzt echt genug stunden heute habe auch schon kreuzschmerzen von diesen sitzen die ganze zeit krampfhaft vom bildschirm nix passiert eigentlich mehr oder weniger außer das eine gefecht ja diese anspannung immer bei daisy ja das ist übel ja bei meinem ersten fight bin ich fast in die decke gegangen nervös war ich naja langsam nimmt es gestalt an so die weste mit dem bocky tocky am rucksack und die granaten und die flasche und so sieht schon geil aus neid wischen ja pass mal auf wenn die komplett fertig sind mit dem spiel das wird glaube ich richtig geil ja das wird noch sehr lange dauern ups jetzt hätte ich dich beinahe gut übersehen der letzte zuschauer sorry ich mache jetzt ich gehe jetzt offline goodnight ach du bist das ja konnte ich nicht wissen ich verabschiede mich eigentlich immer ich wusste nicht dass jetzt hier noch einer auf dem kanal ist ich verabschiede mich eigentlich immer du bist der